Hey! Oh, oh, Fred ist nicht da? Dann können wir ja endlich... Dann können wir endlich über den großartigen Richard B. Riddick sprechen. Wir schauen uns das Worldbuilding, die Physik auf Crematoria und vor allem das Underworld mal ganz genau an. Und das alles, während wir hier im Studio sitzen. Warum den Film schauen, wenn man ihn schauen lassen kann. Also bleibt dran bei den Kack-und-Sach-Geschichten. Oh, da fehlt noch einer. Richard, beweg deinen Arsch! Oh ja, alles klar. Ich hol dir einen Kaffee. Ich bin gleich da. Willst du ein Bier? Total banale Themen werden hier zitiert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Tötet den Riddick. Tötet den Riddick. Tötet den Riddick. Er hat nicht das Underworld gesehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Kack-und-Sach-Geschichten. Herzlich willkommen zu Deutschlands-Meistem-Podcast. Oh Gott, ey. Man merkt schon, ey. Kaum ist die Katze aus dem Haus tanzen, die Mäuse auf den Tischen, ey. Ja, genau. Heute ist eine ganz besondere Folge. Denn heute ist die Zündung des Fallback-Plans, falls Fred spontaner Vater wird, als geplant. Der Part ist eingetroffen. Richard und ich haben sturmfreie Bude. Ja, und Freddy muss sich mit seiner neuen Podcast-Crew auseinandersetzen. Also Frau und Kind. Genau. Aber in guter alter Kack-und-Sach-Manier fangen wir doch damit an, uns vorzustellen. An meiner Linken sitzt der, der Titan der schlechten Wortspiele, der Mann, der den Film, den wir heute besprechen, mindestens genauso gut findet wie ich. Und keiner versteht's. Richard. Richard. Und zu meiner Rechten der Titan des gefüllten, wie kann man sagen, Nebensatz-Durchfalls. Keiner hat so viel geredet wie er, es kommt auch niemand dran und niemand vergisst so häufig Kommata, Tobi. Hallo. Ja, ich geb schon mal vorweg ne kleine Warnung raus. Ist natürlich keine Trigger-Warnung, weil wir über Riddick sprechen. Sondern eine Warnung. Es könnte sein, dass wir uns ab und zu darin verlieren, zu schnell zu sprechen. Seht es uns bitte nach. Wir haben jetzt Fred nicht hier, der uns bremst. Wir versuchen aber darauf zu achten. Das verspreche ich euch hiermit, aber ich kann nicht garantieren, dass es immer klappt. Genau, mehr als versuchen ist leider echt nicht drin. Es gibt einen Grund, warum Freddy normalerweise die Folgen moderiert. Nicht nur, weil er es kann, sondern halt auch einfach aus dem einfachen Grund, um Tobi und mich zu zügeln. Er ist erst das Hirn, wie sind die Muskeln. Er ist halt im Prinzip wie so ein Dompteur, der irgendwelche Wildtiere unter Kontrolle halten muss. Eigentlich schon so ein bisschen. Es ist doch jedes Mal echt schlimm, wie sehr diese Firma und dieser Podcast doch immer gleich erstmal von den Gleisen, so going off the rails on the crazy train, überhaupt erstmal total ausbricht. Wenn einer von uns dreien halt irgendwie fehlt. Jedes Mal. Total großartig. Also sei es hier in der Firma, so für Daily Business oder halt wirklich für die Aufnahmen. Richard, komm, steigen wir ein. Eww. Wir haben uns ja als Thema heute genommen, Riddick. Für alle da draußen, die jetzt denken, geil, endlich eine Pitch-Black-Folge, weil sie schon oft gewünscht wurde. Das ist keine Pitch-Black-Folge. Es ist eine Riddick-Folge. Was bedeutet das? Richard und ich, und das ist die zweite Warnung, die ich heute ausspreche, ich hab's schon angeteased. Richard und ich sind krasse Fanboys des Films Riddick. Also der zweite Teil, Riddick, Chroniken eines Kriegers, heißt er auf Deutsch. Chronicles of Riddick im Original. Und in dieser Folge konzentrieren wir uns entgegen völlig unserer, oder völlig entgegen unserer Angewohnheit. Nicht auf den ersten Teil, sondern auf den zweiten Teil. Genau. Obwohl das ein Franchise ist mit drei Filmen mittlerweile und ein vierter in der Mache, in der Nicht-Mache. Der ist in der Mache, laut IMDb. Echt? Ja, ja. So richtig? Steht schon drin, also mit Hauptdarsteller und allem. Und sogar Locklein. Also er wird auf Furiosa, der Furia heißt der, glaube ich. Auf Furianer. Dem Planeten der Furianer landen. Genau. Genau. Aber, so, das habe ich jetzt ausgesprochen. Das war wichtig zu sagen, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zu den Klassikern. Richard, du musst jetzt tatsächlich beide übernehmen. Ist okay. Einfach, weil ich diesen Stuhl jetzt ausnutze, auf dem ich sitze. Also, Fritz. Richard, kommt ein Alien von Helion Prime auf die Erde? Er hat das Underworld noch nicht gesehen. Ja. Was ist Riddick? Was ist Riddick? Er ist der Auserwählte. Nein. Okay. Ich versuche das mal so ernst zu machen, wie möglich. Riddick ist ein US-amerikanischer Spielfilm. Der zweite in der Serie der Riddick-Reihe eigentlich. Oder Pitch Black kann man ja so richtig nicht als Einzelfilm sehen. Aber der zweite der Riddick-Reihe. Und in diesem Film, es ist ein Film und da, in diesem geht es darum, dass der Krieger Riddick auf einem Rachefeldzug ist und dabei einige Figuren aus Pitch Black wieder trifft, die ihm Aufklärung über seine Vergangenheit geben. Ja. Das ist nicht so leicht, ne? Es ist wirklich nicht ganz so leicht, worum geht es eigentlich in Chroniken eines Kriegers, heißt er ja, also in Riddick im zweiten Teil, worum geht es eigentlich ganz genau? Ja, es geht eigentlich darum, dass Riddick eigentlich in seiner Ruhe gestört wird und dann witzigerweise irgendwie eine Prophezeiung plötzlich erfüllt, ungewollterweise. Und dabei auch noch herausfindet so ein bisschen was über seine Vergangenheit und Co. Also, es ist so ein bisschen, er geht eigentlich los, nur um ein Kopfgeld von ihm selber loszukriegen und er fährt dabei von einer Prophezeiung. Dann bricht ein Krieg aus, ein Freund von ihm wird getötet und dann geht plötzlich die Prophezeiung los, weil er den Tod seines Freundes rächen möchte. Ja, beziehungsweise seine alte Freundin Jack jetzt Kira wiederfinden will. Ja. Richard. Richard. Du bist ja hier unser Fachmann für Filmkritiken. Ich stelle die Frage jetzt mal anders als sonst, weil die Frage, ob Riddick ein guter Film ist, wird zu klären sein. Was sagen denn die Kritiker zu diesem Film? Das finde ich viel besser, was sagen denn die Kritiker dazu? Also, die Kritiker fanden den Gelinde gesagt, wie drücke ich das höflich aus, richtig scheiße. IMDb-Wertung 6,8 bei Rotten Tomatoes 29% zu 65%. Also kam beim Publikum weit, weitaus besser an als bei den Kritikern. Aber immer noch nicht gut, ne? Genau, immer noch nicht gut. Also es ist so richtig eindeutig, also selbst unter Fans, die tun das auch als Popcorn-Film halt irgendwie ab. Und der Film war auch ein totaler Flop, finanzieller Flop leider. Also hat irgendwie 105 Millionen gekostet, hat 116 gerade mal eingespielt. Oh, das wenig. Und war aber wieder erwartend ein absoluter DVD-Erfolg, weswegen sie dann noch den dritten Teil und dann jetzt auch noch den vierten Teil gemacht haben. Weil witzigerweise die anderen beiden Riddick-Teile vollkommen im Home-Entertainment halt irgendwie gelandet sind und da auch erst ihren Kultstatus bekommen haben. Ähm, der Regisseur David Thowey, Thowey, glaube ich, heißt er, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja, ist eigentlich nicht der Rede wert. Der hat Pitch Black, Riddick, Chroniken eines Kriegers und den neuen Riddick jetzt halt auch gemacht, aus 2013. Ist eigentlich eher als Drehbuchautor und Drehbuch-Skriptdoktor bekannt. Der hat zum Beispiel das Drehbuch mitgeschrieben zu Auf der Flucht. Oh. Oder Waterworld, was ich ziemlich geil finde, weil Waterworld mag ich persönlich auch ganz gerne, aber viele hassen ihn, obwohl der dumm ist. Ein weiterer Guilty-Pleasure-Movie, der erst im Home-Entertainment-Bereich erfolgreich wurde. Der ist in den Kinokassen ja auch gefloppt. Ja, voll, voll. Und was soll man sagen, irgendwie hat er ein Talent dafür, halt auch immer Leute in seine Skripte zu schreiben, die sich selber auf der Leinwand selber am geilsten finden. Also so Kevin Costner oder Vin Diesel. Vin Diesel, der Kevin Costner der frühen 2000er. Ja, voll Bulle. Heute The Rock. Also wenn jetzt demnächst ein The Rock-Film von dem Taui, 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 Büsenkiffen rauskommt, dann würde mich das wenig wundern. Ja, definitiv. Einmal nochmal ganz kurz zu seinen Erfolgen. Er hat die Akte Jane geschrieben. Auch ein Film, den ich persönlich auch ziemlich underrated finde, weil ich mochte den eigentlich ganz gerne. Ich fand den auch cool, ja. Und The Arrival. Und zwar nicht der von Danny Villeneuve, sondern der mit Charlie Sheen als Sinnbild des, wie heißt der denn nochmal, Gordon Freeman aus Half-Life. Ja, stimmt. Also wer schon mal The Arrival gesehen hat mit Charlie Sheen, irgendwann aus den 19ern glaube ich ist der, ne? Der 97 oder sowas, ja. Der sieht halt eins zu eins aus wie Gordon Freeman aus der Half-Life-Serie, wer das halt irgendwie kennt, also der Spiele-Serie. Und zu den Kritiken. Ich hab zwei sehr schöne irgendwie mitgebracht. Also einer, der den Film offensichtlich nicht gesehen hat und einer, der eh ihn gesehen hat. Und zwar eine Kritik ist hier aus der FAZ. Ne, Quatsch, aus der Berliner Zeitung, entschuldige bitte. Seine Stimme ist die beste Waffe. Im Original redet Vin Diesel wie ein offener Tank. Es goregelt aus ihm heraus. Er läuft nur deswegen nicht aus, weil sein strammer Nacken alles zusammenhält. Es geht in Riddick-Chroniken eines Kriegers nicht um Originalität, sondern darum, die Standardsituation des Genres auf einen neuen Helden anzuwenden. Die Nähe zum Computerspiel schadet dabei nicht, denn Science-Fiction lebt nun mal auch vom Design. Das ist der, der den Film offensichtlich nicht gesehen hat. Ja, ja, ja. Und dann einer, oder eine, und zwar Nell Minow von Common Sense Media, die sind auf Rotten Tomatoes, sind die ganz, ganz groß. Das ist auch ein verifizierter Kritiker-Account. Und die schrieb einfach nur kurz und knapp, sehr brutaler, hirnloser Explosionsfilm. Stimmt. Ich finde, auf eine gewisse Art und Weise haben beide irgendwo recht, weil, ey, es gibt einen Grund, warum ich und, äh, du und ich jetzt zum Beispiel auch Riddick total feiern. Ja. Es gibt da einfach wirklich einen Grund für. Und jetzt, als wir uns den gestern nochmal angeguckt haben, muss ich auch wieder sagen, ja doch, ich feier den leider auch sehr. Ja, ich feier den wirklich sehr, obwohl wir auch festgestellt haben, oder ich persönlich auch jetzt, wo ich mir die ganzen Making-of-Materialien und so angeguckt hab. Ähm, ich hab ihn noch nie im Original gesehen, aber das, was ich im Original gesehen habe, hat mich zu der Schlussfolgerung kommen lassen. Das ist so einer von den Filmen, die sind im Deutschen weitaus besser als im Original, weil, äh, der Martin Kessler, der ja auch die Synchronschirme von, ähm, äh, Nicolas Cage ist, der spricht da Vin Diesel, schon ewig lange auch, der hat's leider wirklich raus. Der gibt dieser Figur erst so richtig, wie kann man so richtig spleen. Die macht, der macht die erst geil durch seine, durch seine stimmliche Spielerei. Ja, ich erinnere mich, wir waren, ähm, in der Sommerpause in Kiel auf, ähm, einer Nerdcon in, ähm, Kiel. Und, äh, der Area 51. Ja, nicht einer Nerdcon, das war die Nerdcon. Genau, ja, äh, also Area 51. Und, ähm, dort hab ich ein Panel, oder haben wir beide jeweils, unabhängig voneinander, ein Panel mit Martin Kessler auch, ähm, gemacht. Und ich hab ihn halt nach den geil, unter anderem nach den geilen Zitaten aus Riddick, also, ne, aus dem zweiten Teil, gefragt. So, ne, diese geilen Sprüche wie, also bleib ich hier hinten, äh, bleib ich hier sitzen, ganz hinten im Bus. Und diese dummen One-Liner, die da halt die ganze Zeit rausballert. Ja. Und hab ihn halt danach gefragt, wie, wie war's denn, so, 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 ich geil legendäre Sätze einzusprechen. Und er guckt mich halt an wie so ein Auto. Und so, ey, ganz ehrlich, daran kann ich mich nicht erinnern. So was hab ich gesagt. Das war wirklich geil. Martin Kessler ist der, der arbeitswütigste, aber irgendwie, glaube ich, gleichzeitig auch unspektakulärste Synchronsprecher von allen, ey. Und er kam auch zu dieser Con, weißt du, Tobi und ich richtig schön mit Jackett und Co. standen auf der Bühne und wollten irgendwie was hermachen. Und der kommt in einem Super-Dry-Hoodie mit ollen Trätern und so einer ausgelatschten Jeans und zieht da halt sein Ding durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Martin, falls du das hörst, vermutlich nicht. Liebe Grüße, weil er hat voll Bock gemacht, mit dir da rumzuhängen. Ja. Weil er eben nicht so Con-mäßig unterwegs war, die ganze Zeit so Fan-Zeug erzählt, was man ja eigentlich hören will auf einer Con. Sondern der war halt so, der ist halt so ein Arbeitstier. Ja, der ist sehr... Super pragmatisch. Ja, super pragmatisch trifft sich sehr unaufgeregter Promi irgendwie. Ja, ja, geiler Typ. Ja, pass auf. Weißt du was? Gehen wir doch mal die Handlung durch. Ich würde ganz gerne mit Pitch Black tatsächlich starten. Ich schließe an der Stelle übrigens nicht aus, dass wir mal eine sedierte, äh, oder sondierte, sondierte, ähm, Pitch Black-Folge machen. Weil Pitch Black ist schon echt ein kleiner Kultfilm, der auch wirklich cool ist. Aber, ähm, wir konzentrieren sich auf den zweiten Teil. Ich fange trotzdem mit dem ersten Mal an, damit wir die Grundlage haben. Denn allein schon die Jahreszahl wäre ja mal ganz interessant. In Pitch Black erfährst du dir ja, wann das spielt. Und zwar im Jahr 2676 wird das Schiff Hunter Greysner, ähm, über einem unbenannten Wüstenplaneten gezwungen, eine Notlandung durchzuführen. Das Schiff wird irgendwie durchlöchert durch so ein paar Teile und, ähm, alle Passagiere bis auf elf sterben. Und unter diesen elf sind ein Merc, äh, namens John, der hat einen Gefangenen dabei. Also ein Merc, ähn, ähn, ähm, ja, ist jetzt ein Mercenary, ein Kopfgeldjäger. Mercs sind, genau, sind die Kopfgeldjäger in diesem Universum. Ja, die heißen, also hier, Merc with a Mouth ist ja auch Deadpool, ne? Ja, ja, genau. Und, ähm, also ein Kopfgeldjäger namens John und sein Gefangener namens, und ja, ja, an alle, die sich nicht mehr erinnern konnten, so wie ich, Richard B. Riddick. Er hat einen Forn, zwei Vornamen sogar. Ist so lächerlich, ne? Schon mal vor, der zweite Vorname ist Richard Balthasar Riddick oder Richard Bernd Riddick. Ja, Richard Bernd Riddick. Das ist halt, das ist halt so, weißt du, diese ganze Kunstfigur rund um Riddick, ne? Die gibt ihm halt auch so eine gewisse Mysteriosität und das macht ihn ja auch irgendwo cool. Und wenn ich einfach weiß, dass der mit Vornamen Richard, hi, Richard B. Riddick. Ja, das ist echt so doof. Voll gut. Also ich kann verstehen, warum sie es im zweiten Teil einfach komplett weggelassen haben. Dass der junge Richard mit Vornamen heißt. Ja, und, äh, und Jack. Ein kleiner Junge, vermeintlich. Ähm, die haben überlebt mit ein paar anderen zusammen und versuchen jetzt auf diesen beschissenen Planeten in so einem Drei-Sonnensystem, also es gibt drei Sonnen, ähm, zu überleben. Genau, eine gelbe, eine rote und eine sehr, sehr bläuliche. Und deswegen gehen sie davon aus, es wird auf diesem Planeten eigentlich kontinuierlich tageslicht herrschen. Was ja auch stimmt, bis zum gewissen Punkt. Ähm, das Ding ist halt, ab jetzt ist erstmal alles scheiße, weil die stecken auf einem Planeten fest, wo noch nie jemand war. Denken sie zuerst. Und die müssen da erstmal irgendwie überleben und finden relativ schnell raus, dass unter der Erde irgendwelche krassen Monster leben. So, dann wird aber alles so richtig scheiße, weil sie finden eine Geologiestation, wo mal offensichtlich die Leute gelebt haben, die herausgefunden haben, dass alle 22 Jahre eine Sonnenfinsternis stattfindet, sodass es komplett dunkel ist über alle drei Sonnen. Bisschen albern. Und da kommen die Viecherheld eben an die Oberfläche. Jetzt versuchen sie da zu überleben, schaffen das und am Ende kommen drei Leute aus der Nummer raus. Das sind Jack, das, wie sich im Laufe der Handlung herausstellt, ein Mädchen ist, kein Junge. Aber diese Viecher auf dem Planeten, die werden halt von Blut angelockt. Das findet Ludwig dann im Zuge der Handlung irgendwann raus. Und Jack, der vermeintliche Junge, kriegt währenddessen seine Tage. Genau. Und dabei kommt dann halt raus, dass Jack eigentlich ein Mädchen ist. Genau. Und Imam, der heilige Mann, wie Riddick ihn immer nennt, der auf dem Weg nach Neumekka war. Und die drei überleben das Ganze und hier beginnt die Handlung von Chronicles of Riddick. Das war jetzt sehr grob, wie gesagt, ich wollte im Prinzip nur mal eine Basis schaffen, wo wir herkommen. So, Chronicles of Riddick. Die Chroniken eines Kriegers. Beginnt erst mal. Man kann diesen deutschen Titel auch nicht sagen, ohne zu schmunzeln. Du sagst ja auch nicht. Jeder sagt immer so, ey, hast du Bock, dir Riddick anzugucken? Ja, Mann. Den zweiten? Ja, den zweiten. Dann kann jeder sagen, ey, willst du Riddick sehen? Chroniken eines Kriegers. Das ist echt so ein Besuch beim Zahnarzt, ey. Der Film geht los mit der wunderbaren Stimme von Judi Dench, wie sie uns erklärt, dass die Necromonger, angeführt vom heiligen Halbtoten, dem Lord Marshal, auf der Suche nach dem Underworld sind. Ja, ist so. So lade ich meine Freunde auch immer auf den Kiezabend ein. Kommt ihr mit mir als Lord Marshal verkleidet, auf den Kiez das Underworld zu sehen? Ja, ey, also das Underworld ist praktisch deren Garten Eden, deren heilige Welt. Mehr erfahren wir darüber auch nicht. Also sie sagt halt so, deren Paradies, sagt sie glaube ich, das Underworld. Was genau das ist? Kein Schimmer. Ich kann dir nachher noch ein bisschen was zu den Necromongern erzählen, weil es gibt ja tatsächlich ganze Wiki-Einträge zu denen. Es ist aber sehr viel Fanfiction dabei, aber die Schreiber haben mittlerweile auch zugegeben, dass sie einiges davon in den neuen Filmen gerne mit übernehmen möchten. Ach, cool. So, Schnitt. Wir sehen Vin Diesel mit Haaren und Bart, seltener Anblick, der über einen Eisplaneten rennt und von ein paar Mercs gejagt wird. Der erste Fehler, den die Mercs gemacht haben, ist eine Vier-Mann-Crew gegen mich. Eine verfluchte Beleidigung. Er bringt die alle um, außer Toomes, den Anführer dessen, fragt die am Ende noch dann noch so geil. Letzte Frage. Wessen Schiff ist das? Äh, Mainz? Falsche Antwort. Und verschwindet mit diesem Schiff und der Information, dass Toomes angeheuert wurde von Imam, dem heiligen Mann in Neumekka. Und deswegen macht er sich auf den Weg nach Helion Prime, dem Planeten, wo die Stadt Neumekka ist, um dort Imam zur Rede zu stellen, was das soll. Denn Imam war der Einzige, der wusste, wo Riddick sich verstecken wird. Dort erfährt Riddick, dass Jack, die sich jetzt Kira nennt, im Knast sitzt. Und zwar in einem Planeten ohne Tageslicht, wo diese blaue Sonne so heiß und so ein Scheiß. Ein wunderbarer Planet namens Crematoria. Also, du hast das gerade so schnell weggewischt. Also sie ist in einem Planeten, in einem Hochsicherheits-Drei-Stufen-Gefängnis, das sehr tief unter der Erde liegt, auf einem Planeten, von dem du nicht abhauen kannst, weil es nachts minus 300 Grad sind und tagsüber über 700 Grad genannt. Also du verbrennst, sobald du halt den Sonnenstrahlen mehr oder weniger ausgesetzt bist. Und der Planet heißt, ich kann es nicht anders sagen als kreativerweise, Crematoria. Dieser ganze Film ist ein Sammelsorium von Dingen, was sie tun, so heißen sie auch, so als Beispiel Glühbirne, weißt du. Auf dem Planeten verbrennst du Crematoria. Hey, wir müssen in die Unterwelt. Das ist das Underburst. Er ist unser oberster Befehlser, Lord Marshal. Ist wirklich so, ne? Das ist der Typ, der normale Leute in Necromonger verwandelt. Der Purifier, der Reiniger. Der Purifier, ja. Bringt ihn ins Pre-Death. Ach, in den Vortod. Okay, alles klar. Ja, kreativ sind sie. Und ja, jetzt kommt es auf Helion Prime zu dem großen Problem, dass hier die Necromonger jetzt auftauchen. Sie sind tatsächlich wie so eine Art Heuschreckenschwarm mit so einer Art Zombie, Halb-Zombie-Armee, die sie da haben. Also diese Necromonger sind so halbtote. Gefühlsmäßig abgestumpfte. Genau, aber es fällt sehr häufig dieser Begriff Tod in dem Zusammenhang. So richtig erklärt wird das nicht, was die mit denen genau machen, aber sie illiquilibriumisieren sie auf jeden Fall. Ja, also die werden mehr oder weniger die Lehre der Necromonger. Also die Necromonger sind eine Glaubensgemeinschaft. Die glauben an den Necroismus und zwar darüber, dass der Tod quasi das einzige Leben ist. Und zwar der Tod steht als Gegenstück zum Leben, soweit so logisch. Und das Leben muss ausgelöscht werden, um dem Tod Freiraum zu geben. Denn erst wenn du an diese, an Necroismus glaubst, wenn du stirbst, kannst du, wenn du Teil der Necromonger bist, nämlich als was Besseres wiedergeboren werden. Aber nur, weil die den Zugang zum Underworld haben. Der Lord Marshal. Genau, deswegen suchen die auch. Die kommen ja auf Planeten und suchen permanent nach neuen Anhängern, weil entgegen ihrer Glaubensrichtung ist Reproduktion natürlich kontraproduktiv. Weil wenn du an den Tod glaubst, wäre es blöde, wenn du Leute gebärst. Das ist korrekt. Und natürlich diese Glaubenssache von wegen alle, also Missionierung, wenn du so willst. Alle müssen hier mitmachen. Ja, genau. Also entweder machst du bei denen mit. Die versprechen denen ja ein besseres Leben. Genau, also entweder machst du damit und wirst du im Prinzip, also die sind so sehr stark irgendwie an die Borg oder sowas angelegt. Die sind halt so ein Kollektiv halt einfach. Und dann werden die Leute halt umgeswitcht, indem sie Nadeln oder größere Pfähle in den Nacken bekommen, links und rechts. Und sobald die fertig sind mit der Umswitcherei, sind die halt gefühlslos und mehr oder weniger wie so, wie kann man sagen, gedächtnislose Geister. Ja, wie so Zombies halt, ne? Also nur nicht gammelnd, sondern obenrum. Genau. Lobotomie vom Feinsten. Genau, ja, Lobotomie durch den Hals. Und ja, jetzt sind die Necromonger vor Ort. Riddick, Imam und Imams Familie versuchen von dort zu fliehen, beziehungsweise den Necromongern zu entkommen. Das klappt leider nicht. Im Endeffekt wird Imam getötet, seine Familie überlebt und Riddick wird mehr oder weniger festgesetzt. Schafft es aber vorher noch, Imams Mörder zu töten. Irgin hieß der übrigens. Der Lord Marshal sieht das, wie Riddick Irgin tötet und kommt dann zu Riddick und sagt, das war Irgin, einer meiner Besten. Und Riddick antwortet, na, wenn du das sagst. Megaspruch. Und dreht ihm halt auch dabei dem Rücken zu, ne? Alle sind super angepisst. Die Situation klärt sich. Riddick kann fliehen. Ähm, gibt's eine sehr geile Einstellung, wie ein Schiff hinter ihm herfliegt, was abgeschossen wird und Riddick vor diesem abstürzenden Schiff wegläuft. Das sieht wirklich sehr cool aus. Ja, warte mal, wenn, nachdem diese ganze, ähm, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Lord Marshal ist, sagt er ja noch, er will diesen, also alle, die nicht bekehrt wurden, nennen sich Brüther. Genau, ja. Diesen Brüther hätte ich gerne, wie gesagt, im Pre-Death, im Vortod, das ist so eine, keine Ahnung, das ist wie so ein Aura-Lesegerät, da wirst du festgesetzt und dann lesen die im Prinzip, wer du bist. Und, ähm, Riddick geht dort aber freiwillig mit, weil er nämlich entgegen dessen, ich unterwerfe mich und ich komme jetzt hier mit oder ich werde gezwungen mitzukommen, höflich gefragt wird, ob er mitkommen würde. Ja. Und er macht's. Ja. Jedenfalls, ähm, endet das Ganze so, dass die Mercs, die wir ja schon kennen, beziehungsweise, ne, stimmt ja gar nicht, drei, äh, vier Mann sind ja tot, Tooms und hat eine neue, sehr nervösungste, Böse-Crew, die haben dieses Schiff abgeschossen und, ähm, nehmen Riddick dann fest, um ihn an ein Gefängnis zu verkaufen. Ähm, auf dem Schiff schafft Riddick, äh, es dann die Leute zu, dahingehend zu manipulieren, dass sie ihn nach Crematoria bringen, wo er hin wollte, um Kira zu retten, beziehungsweise um Kira da rauszuholen und auch einfach mal wiederzusehen, so. Erstmal wahrscheinlich, um nach ihr zu suchen, ja. Ja, genau, einfach gucken, so, wie geht's der Kleinen, ne? Der hat die, der hat die ja schon lieb, eben auf seine Art. Währenddessen, im fliegenden Palast, ähm, die Dame Varko und ihr Ehemann, Lord Varko, der gespielt wird von dem großartigen Karl Urban, auch wenn der in dieser Handlung, der ist also noch weniger Persönlichkeit als alle anderen Nekromonger, also, die Dame Varko ist eigentlich der Kopf hinter diesem, hinter dieser Geschichte. Ja. Und sie sagt ihm halt, ey, Kollege, wenn der Lord Marshall eines Tages stirbt, solltest du das übernehmen. Wo dann, wie ich übrigens finde, ein ziemlich cleverer Satz von ihr fällt, ähm, weil, äh, Varko rastet dann halt voll aus, äh, kann ich machen, Verschwörung, oder sag es noch leiser, dann klingt es noch mehr nach Verschwörung. Und sie sagt halt, warum denken immer alle, wenn man über das Ableben desjenigen, der auf dem Thron sitzt, äh, äh, spricht, gleich an Verschwörung. Finde ich eigentlich einen recht cleveren Satz, weil es ist ja nur klug, darüber zu reden, falls er mal stirbt, ne? Ja, klar, aber dadurch kannst du halt auch eine Verschwörung halt, äh, eins, eins rechtfertigen. Gut, der Film kriegt jetzt gerade schon eine Tiefe, die er eigentlich nicht verdient hat. Das war ein Satz, komm schon. Einen Satz kannst du dem Film schon gönnen. Ja, voll, auf jeden Fall. Finde ich einfach nur einen klugen Satz. Wie gesagt, ich glaube, wir haben nachher noch einen größeren Part darüber, warum wir den Film jetzt halt auch wirklich gut finden, weil ihr hört es schon, die Handlung ist wirklich ein bisschen bonkers und all over the place. Bonkers finde ich gut. Aber, äh, diese ganze Filmreihe, oder gerade dieser zweite Film hat schon einen ziemlichen Reiz, aber darüber reden wir später jetzt. Machen wir erstmal eine Handlung weiter. Ja, so, ähm, mithilfe von R-Elemental Judy Dench alias Arion, es ist so eine Rasse, die R-Elemental, oder die Elementals generell, wir sehen aber nur ein R-Elemental, also ein Luft-Elemental, ähm, die verkörpern scheinbar die Elemente. Sie besteht aus Luft, die ist immer so komisch flimmerig, durchsichtig, kann auch schweben, die gleitet so vor sich hin. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und, ähm, sie erzählt der Dame Varko, dass es diese Prophezeiung gibt, von der du gesprochen hast, nämlich, dass der Lord Marshall von einem Furianer gestürzt werden wird, grob gesagt. Und deswegen hat er nämlich auch vor zig Jahren, also zur Geburt von Vin Diesel, in Vin Diesels Welt war es wahrscheinlich vor 18 Jahren, in der Realität so vor, keine Ahnung, 35, ähm, alle Furianer umbringen lassen. Ja. Und, ähm, aber es gibt halt noch einen, was sie halt rausgefunden haben, als er in diesem Pre-Death-Ding war, nämlich da kommt raus, Furianer, Furianer, tötet den Riddick, tötet den Riddick, tötet den Riddick, die da alle völlig ausrasten. Mhm. Und, ja, jetzt hat sie eine Idee, wie wir den Lord Marshall loswerden, über Riddick. Zurück zu Crematoria. Hier ist Riddick jetzt in dem Knast angekommen, er outet sich den anderen Gefangenen gegenüber schnell als nur auf der Durchreise. Mhm. Und trifft da wieder auf Kira. Kira ist mittlerweile, ähm, einfach super badass, anders kann ich das, glaube ich, nicht beschreiben. Und erwachsen. Und es ist halt viel Zeit vergangen, also, die ist halt eine kämpfende Amazonasche. In der Person im, äh, Gefängnis. Ja, und wenn wir das über Männer sagen, dürfen wir das auch über Frauen sagen, wahnsinnig heiß. Also, kann man ruhig schon mal droppen. Mit echt Eiern aus Stahl, ey, Alter. Ey, man, ich mein, das ist einer von den Filmen, wo einfach alle hot sind, so, ne, und sie logischerweise auch. Die tragen auch alle immer nur Tank-Tops und sind die ganze Zeit verschwitzt. Ja. Also, auch Vin Diesel, sorry, aber der 2004er Vin Diesel, den hätte ich gern mal getankt. Boah, ey, leck mich am Arsch, aber wirklich, ne. Das ist halt, das ist halt doch wirklich dieser, dieser muskelbepackte, sehr gut, äh, wie kann man sagen, sehr gut, ähm. Er hat eine schöne Silhouette. Ja, eine schöne Silhouette, aber sehr gut proportionierte, danke. Dieser sehr gut proportionierte Mann, der auch noch zufällig eine Glatze tragen kann, der leck mich am Arsch, Alter. Und leuchtende Augen hat. Ja. Ja, ist schon, ist schon cool. Und die beiden schlagen sich dann so ein bisschen in dem Knast rum, haben so ein paar Unterhaltungen, zum Beispiel. Was willst du machen, mich mit deiner Suppentasse töten? Da ist Tee drin. Ich töte dich mit meiner Teetasse. Tut er dann auch. Großartige Szene. Und es ergibt sich die Situation, weil die Mercs und die Wächter allesamt gierige Arschlöcher sind, knallen die sich gegenseitig über den Haufen und Riddick sieht halt eine Chance zu fliehen. Das machen die dann auch. Das Problem ist nur, was Richard vorhin schon sagte, tagsüber ist es dann halt 700 Grad, nachts minus 300 Grad, worüber noch zu reden sein wird. Die knallen sich nicht einfach nur aus Gier über den Haufen, die knallen sich über den Haufen, weil die Nekromonger mittlerweile ein Schiff ausgesandt haben und wissen, dass Riddick dort ist. Und die Betreiber von diesem Gefängnis, die sehen das Schiff der Nekromonger und wissen, die Jungs bedeuten richtig Ärger. Und dann fragen die nämlich nach, was für einen Gefangenen habt ihr uns hier gebracht. Und daraufhin schießen die sich gegenseitig über den Haufen, weil es nur ein Schiff auf dem Planeten gibt, mit dem sie abhauen können. Das stimmt. Das ist echt schwierig, wenn man nicht zu dritt ist. Ich bin jetzt mal kurz wieder Tobi. Aber das mit der Gier ist ja trotzdem ein Ding, weil Tooms vorher die Kohle nicht angenommen hat und sie deswegen so lange überhaupt vor Ort waren. Sonst hätte Tooms, wäre er längst weg gewesen und die Nekros hätten Riddick schnappen können. Wie der Fred. Ja, haltet euer Maul, ihr Arschlöcher. Ich mache jetzt weiter. Als wäre er im Raum. Als wäre er im Raum. Ja, ähm, daraufhin gibt es diese wirklich, wie ich persönlich finde, wahnsinnig coole, ähm, ja, Verfolgungsjagd gegen den Sonnenaufgang. Weil sie müssen ja im Prinzip immer in der Dämmerung laufen, weil es sonst zu kalt oder zu heiß wird. Und in genau diesem kleinen Space rennen die dann über diesen Planeten auf dem Weg von außen zu dem Landeplatz von Tooms Schiff, mit dem sie da angekommen sind. Und, ja, davon reden sie ja immer halt auch, ne, von der Pufferzone. Die Pufferzone, ja, genau. Und es gibt nur eine Geschwindigkeit. Meine. Ja, mega gut. Ja. Und, ähm. Wahnsinnig, wahnsinnig geil gefilmt, weil das ist so ein riesiges, verbranntes Terrain. Alles ist schwarz, alles sieht aus wie, äh, gerade frisch immer wieder aufgeschmolzene und dann getrocknete Lava. Und diese ganze Umgebung ist halt einfach mega geil, während die da unterwegs sind, regnet es halt auch noch Asche. Und alle sehen, äh, sehen auch dann total eingerust halt auch aus irgendwann. Also diese ganze Sequenz da, während die über die Oberfläche von Crematoria rennen, ist schon fett. Ist wirklich fett. Ist schon fett, sieht schon richtig geil irgendwie aus. Muss auch ein riesiges Set gewesen sein, weil die bewegen sich halt da irgendwie zu sechst oder zu siebt oder irgendwas. Bewegen die sich dort durch ganz enge Schluchten und Co. Und, ey, ehrlich gesagt, Alter, so ein riesiges Set halt zu bauen, dass du halt auch richtig, auf dem du rumklettern kannst, wo du richtig überall treten kannst. Und auch Abwechslung hast. Genau, und Abwechslung hast, weil manche Sets hast du ja auch, also, ein bisschen Produktionssprich hier, aber manchmal hast du auch Sets, da sind die vorgegebenen Wege, die sind halt fest. Wenn du davon abweichst, dann brichst du durch das Set durch und die können da halt überall gefühlt tonen. Das muss ein Aufwand gewesen sein, Crematoria zu bauen. Ja, also das haben sie wirklich sehr geil gemacht. Auch in dem Knast, ne? Da klettern sie ja auch überall rum und so. Das ist schon wirklich ein schön gebautes Set. Da gibt's halt auch diese geile Einstellung, wo Kira nicht weiterkommt, weil er irgendwas wegbricht. Und, ähm, wer ist da hier? Vinny? Äh, also Riddick. Dann die Jungs überredet, ey, ihr lauft schon mal weiter, ich hol sie, gebt mir euer Wasser und gebt mir das Seil. Und dann springt er so einmal kurz durch so einen Sonnenstrahl durch und dann steht er dampfend wieder auf und so, das sieht mega cool aus. Ja. Ja, ähm, die kommen dann tatsächlich an der Landestelle an, wollen zu dem Schiff von Tooms. Tatsächlich sogar vor den Leuten, also vor den Wächtern und Tooms, die gleichzeitig eben auch versuchen, da hinzukommen. Und die Negros sind leider schon da. Also die Necromonger. Und dann gibt's halt, naja, eine Sequenz, wo sie Kiras Lieblingsspiel spielen, nämlich wer ist der bessere Killer? Mhm. Zitat, ey. Und schlachten da halt die ganzen Negros ab und die Mercs und einfach alle, da kämpft dann jeder gegen jeden. Das ist tatsächlich eine sehr cool gemachte Actionszene, bei der Vin Diesel, beziehungsweise Riddick, dann, ähm, vermeintlich stirbt. Und Kira mit den Negros mitgeschleift wird. Also sie wird gefangen genommen. Also Riddick wird zum Sterben zurückgelassen. Er ist besiegt und sie töten ihn halt nicht. Ja, er sieht halt aus, als wäre er tot. Ja, genau. Er liegt halt einfach bewusstlos irgendwie da, wird aber in letzter Minute gerettet. Und zwar vom Purifier. Der Purifier entpuppt sich nämlich nicht nur als Oberst, oder einer der obersten Negros, sondern als konvertierter Furianer. Mhm. Und hilft dann Riddick und geht in einer super, episch, völlig übertrieben kitschigen Szene dann ins Feuer, um zu sterben. Weil er kein Necro mehr sein möchte. Und so kann Riddick dann mit Toomes Schiff, was die Negros ja nicht mehr gebraucht haben, die haben ja alle abgeknallt, ähm, entkommt er von Krematoria und macht sich auf den Weg zum fliegenden Palast. Genau. Also zu den Negros. So, hier kommt jetzt der große Showdown. So, Riddick verkleidet sich als Nekro, schleicht sich so unter den, unter den ganzen Soldaten hindurch. Es gibt Intrigen, diese ganze Intrige um die Dame Varko herum löst sich auf mit dem Plan zu ihrem Mann. Du musst auf den richtigen Moment warten, denn was du tötest, darfst du behalten. Genau. So ein Leitsatz der Negros. Und er soll halt eben den Lord Marshall töten, aber im richtigen Moment. Weil wir wissen schon, den Lord Marshall kriegst du nicht getötet. So, der ist wirklich, der hat halt Superkräfte. Weil er das Underworld gesehen hat. Komplett logisch. Das wird auch am Anfang des Filmes halt gesagt, also der Lord Marshall, um mal ganz kurz ernst zu werden, der Lord Marshall hat das Underworld gesehen oder hat tatsächlich eine Pilgerfahrt dahin gemacht, glaube ich. Er hat's gesehen, er hat's durchquert und kam als was, als eine Mischung. Als etwas Neues. Als etwas Neues, als etwas anderes. Ja, der ist so zwischen Tod und Lebendigsein. Also der kann seine Form zu einem Geist machen und dabei seine lebende Form hinterherziehen. Genau. Sieht ganz wild aus. Ich fand's damals einen geilen Effekt. Heute sieht's ein bisschen cheesy aus, leider. Ja. Aber das macht ihn halt irgendwie so Flash-mäßig super schnell und super stark halt auch. Und ja. Deswegen ist ja das schon eine Kraft, mit der man rechnen muss. Also wir sehen das auch einmal auf Helion Prime. Da widersetzt sich einer dieser Konvertierungen, also irgend so ein Statist. Und dann geht er hin und sagt noch so, ich nehme deine Seele. Und zieht so die Seele aus dem Körper dieses Mannes raus. Und der stirbt dann halt eben. Und das kann der als Fähigkeit, also seine Seele von seinem Körper trennen und dann seinen Körper hinterherziehen. Ist tatsächlich irgendwie eine ganz lustige Idee. Bisschen albern, aber ganz lustig. So, hier kommt's dann zum finalen Kampf. Ähm, in diesem Kampf, also zwischen Riddick und dem Lord Marshal. Währenddessen kommt auch noch raus, dass Kira längst konvertiert ist. Also sie ist jetzt ein Necro. Ähm, hilft ihm aber trotzdem noch an einer Stelle. Also an einer Stelle erinnert sie sich scheinbar, also so genau wird das jetzt nicht beschrieben. Ähm, nochmal kurz daran, auf wessen Seite sie steht. Gehörst du zu mir, Kira? Bricht aus dem Protokoll. Genau, bricht aus dem Protokoll raus, verletzt den Lord Marshal und wird daraufhin vom Lord Marshal getötet. So einmal quer durch den Raum geschleudert auf so einen Spieß drauf. Ja. Und stirbt dann ja auch. Und, ähm. Fand man halt so, hatte so Thronseelen. Genau. Irgendwelche Säulen mit Spießen. Genau für diese Situation. Und dann ist der Lord Marshal in einer beschissenen Situation. Er ist verletzt. Auf einmal taucht Lord Varko auf. Mit so einer riesigen, geilen, anime-artigen Axt. Und will ihm halt den Kopf einschlagen, was er nicht glauben kann. Sondern das ausgerechnet Varko, sein Best Man, so, ne? Dass er ihn verraten will. Und trennt seine Seele von seinem Körper, um zu fliehen. Aber leider in die Richtung, wo Riddick mit einem Messer in der Hand steht. Und muss sich jetzt entscheiden, scheinbar. Ich weiß nicht genau. Es ist ein bisschen schwierig rauszulesen aus der Situation. Ob dieser Move abkehrbar gewesen wäre. Also ob er jetzt zu Riddick muss. Oder ob er sich auch entscheiden könnte, wieder zurück zu Varko zu gehen. So oder so ist die Situation. Tötet Varko ihn oder Riddick ihn? Und sein Körper zieht hinterher. Und Riddick rammt ihm dieses Messer, was er aus dem Rücken von dem Besten hatte. In den Schädel bricht die Klinge ab. Und ist damit der Anführer der Necromonger. Genau. Weil laut Leitsatz, du darfst behalten, was du tötest. Er war der oberste Necromonger. Also darfst die Necromonger behalten. Ja. Und das ist jetzt das Ding. Das ist das Ende. Die Elemental, Judi Dench, stellt noch die Frage, ob das jetzt wirklich gut ist. Aber es ist zumindest mal was Neues. Und damit endet dieser wunderbare Film. Genau. Der dritte dann Riddick, der dritte Riddick-Film von 2013 dann ist nicht der Rede wert. Also ich hab mir zwei Sätze zu dem Film aufgeschrieben. Ich lese jetzt einfach mal stumpf vor. Wie Pitch Black nur weniger spannend, weil man schon weiß, was alle können. Und vereint das Schlechteste aus Pitch Black und Riddick. Miese Sprüche und eine repetitive Handlung. Ja. Also der... Also er ist wirklich doof einfach. Ja, der war... Also die Handlung geht danach in dem neuen Film dann so weiter. Er ist Herrscher der Necromonger. Hat offensichtlich nicht die besten Leitprinzipien. Weil auch die Lord Marshals, der Necromonger, halt ein Eid leisten müssen. Den Riddick aber über Jahre hinweg nicht leistet. Was dazu führt, dass mehr oder weniger gegen ihn gemeutert wird. Das ist ein Putsch im Prinzip, ne? Von Lord Vaco. Genau. Und dass sie ihn dann... Er will eigentlich seinen Heimatplaneten dann besuchen. Und sie lotsen ihn aber auf irgendein gottverlassenes Drecksnest, wo er definitiv halt irgendwie sterben würde. Also praktisch das gleiche wie ein Pitch Black. Genau. Und der Film dreht sich dann darum, dass er auf diesem Planeten mehr oder weniger überleben muss. Das ist das Problem. Weil die Handlung um seine Lord Marshalsheit und diesen Putsch, das hätte ich gerne gesehen. Aber das ist nur eine Sequenz. Und das sogar noch als Rückblende. Weil du siehst und vorher noch eine halbe Stunde, wie man mit irgendwelchen Hunden schmust. Ja, das kann aber... Ist halt dann kein Vin Diesel-Film. Kann ja keine Ärsche treten. Dann ist er ja in der dummen Situation, dass er Schauspielern müsste. Hey. Es gibt diesen einen Anwaltsfilm, dessen Namen ich immer vergesse. Ja. Wo er tatsächlich schauspielt und auch nicht wirklich schlecht. Und es gibt Extreme Rage. Diesen Film... Private Ryan. Ja gut, da hat er aber nicht viel zu tun. Ja, aber trotzdem. Die Szene mit ihm, der Charakter ist nur drin, weil Vin Diesel einen 1A-Pitch für diese Figur hingelegt hat. Ja, das stimmt. Und der war geil. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da haben wir bei Dings schon drüber gesprochen, bei Fast and Furious. Vin Diesel ist ja auch als... Also der ist ja bekannt geworden, also den Leuten in Hollywood bekannt geworden, weil er irgendwann, nachdem er immer überall abgelehnt wurde, selber einen Kurzfilm produziert und gedreht hat. Und der kam mega an. Und der wurde echt anfangs als so ein... Ja, ey, hier ist ein echt talentierter Bubele. Den sollten wir jetzt mal pushen. Und aus dem ist dann halt jetzt der heutige Vin Diesel geworden. Das ist ein bisschen traurig. Aber der hatte ja Potenzial. Ja, es gab Zeiten, da wurde Vin Diesel als neuer Schwarzenegger gehandelt. Und was sich heute als Fehler herausgestellt hat, weil Schwarzenegger hat ja auch über seine Bodybuilder-Karriere und Actionfilm-Karriere hinaus... Und Immobilien. Und Immobilien und Gouverneurs-Karrieren und alles, was der ja gemacht hat. Der hat ja darüber hinaus ein... Also der hat ja nicht nur sein Charisma, der hat auch dein Charisma, der hat auch mein Charisma, der hat von uns allen das Charisma. Und ist ja trotzdem immer noch ein gern gesehener Gast. Vin Diesel auf der anderen Seite bewegt sich an Filmsets so, als hätte das Filmset einen Rausschmeißer. Ja, der ist halt einfach nur... Der ist ein Typ mit Muckis. Ja, und der wirkt leider, je mehr oder je älter er wird, in Interviews und so weiter, immer unangenehmer. Ja. Also er ist mittlerweile echt ein unangenehmer Typ, finde ich persönlich. Ja, finde ich auch. Er ist irgendwie so ein richtig egoverliebter Weirdo halt irgendwie. Aber das fing bei Pitch Black, äh nicht bei Pitch Black, bei Riddick fing das leider auch schon an. Also der hat sehr, sehr schnell, weil wie du sagtest, wenn er selber seinen eigenen Film produziert hat und dann Hollywood auf ihn aufmerksam wurde, der hat sehr, sehr schnell, ich sag mal, für sich selber gelernt oder festgesetzt, dass er der absolute Ficker ist und ihm keiner irgendwie was kann. Also der hat so richtig Kanye West-Gezüge angenommen irgendwann. Also so wirkt es zumindest. Ja, dass er wirklich von sich überzeugt ist. Er wäre der größte Filmmacher und Schauspieler und Regisseur aller Zeiten. Weil anders kann ich es mir persönlich auch nicht erklären, dass man sagt so, ey, die Fast & Furious-Filme sind so geil, dass es dafür eine eigene Oscar-Kategorie halt geben müsste. Also der Mann verwechselt einfach kommerziellen Erfolg mit Qualität. So sieht es mal aus. Was ich persönlich wirklich sehr schade finde, wie gesagt, ich glaube, darüber haben wir bei Fast & Furious schon kurz gesprochen, weil gerade zu der Zeit mit eben Extreme Rage, was übrigens kein stumpfer Actionfilm ist, das ist ein sehr cooler Film. Ja, klar, der ist schon für Sequenzen, aber ist grundsätzlich ein guter Film, finde ich persönlich. Und mit Triple X und mit Pitch Black und Riddick, der hat echt, und von mir aus auch der Baby-Nator, ich fand den echt witzig. Der hat schon echt eine ganz geile Basis damals gehabt, auf der man echt, ich sag mal, hätte aufbauen können. Der war so neben Jason Statham für mich so die neue Riege, die Ablöser für Stallone, Schwarzenegger und Co. Ja, ich finde halt irgendwie auch, der hätte ein richtig 1A-Unterhalter sein können, also richtig 1A-Action-Film, Sci-Fi-Film meinetwegen auch, Unterhalter. Aber er dachte halt selber, er kann es besser als alle anderen und jetzt haben wir halt irgendwie demnächst Fast & Furious 17. Ich meine gut, die Leute mögen es, man kann sich dagegen stellen, so viel wie man möchte, aber ich glaube ja auch an das Prinzip, wenn man Leute lange genug Scheiße füttert, dann wollen sie nur noch eine Sache haben. Ja, sieht man auch so ein bisschen an Black Adam. Das ist fies, aber ja. So, jetzt haben wir ja super viele dämliche Begriffe genannt, wie Necromonga und Underworth und Elementals und Crematoria. Furianer. Die Furianer, die wütenden halt, ne. Dieser ganze Scheiß. Diese ganzen Ideen in diesem Film, also lass uns mal ganz kurz wirklich einfach nur über den Film reden, über das ganze Worldbuilding, die Lore, alles mögliche. Ich würde ganz gerne über das Worldbuilding reden, weil das ist tatsächlich, die Begriffe sind dämlich, aber die Idee ist nicht schlecht. Ja, das fand ich nämlich auch, weil jetzt beim Gucken wieder, also der Film ist von 2004, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Und, ähm, ich find diese ganze Aufmachung von diesen, also alleine die Sets und die Kostüme und eigentlich diese Lore, diese Welt, die sich darum aufgebaut haben, ich lass mir das sehr gerne gefallen. Ich lass mir das alles sehr gerne schmecken, das hat so diesen, äh, dieses John Wick-eske, weißt du? Du weißt nichts über diese Geheimgesellschaft in den Hotels, die mit ihren Goldmünzen halt irgendwie zahlen, will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Und Riddick bedient genau das Gleiche. Da gibt's Gesetzmäßigkeiten, wo ich einfach sag, okay, alles klar, alles klar, okay, die ist ein Elemental, okay, ja, gut, okay, ja. Ja, Necromonga, ja, okay, verstehe ich. Ja, ganz genau. Die suchen das Underworth, alles klar. Ja, und das, das ist halt einfach was in dieser, in dieser Welt, auch, dass er ein Furianer ist und da baut sich halt selber schon diese Erwartungshaltung bei einem auf, dass man halt sagt, okay, es gibt offensichtlich andere Rassen, es gibt andere Völker, die haben irgendwie, äh, planetares, interstellares Reisen für sich halt auch entdeckt, weil die springen ja auch auf diesem Plan, äh, in diesem Film auch von Planet zu Planet, scheißegal, ob man da atmen kann oder nicht. Ich mein, alleine Crematoria, wenn da so heiß ist, wie kann da Sauerstoff sein, so, ne, du musst den ganzen Tag da knallen und... Ja, also, es gibt wirklich wenig Sinn. Obwohl, da müsste ja Sauerstoff sein, wegen, also, weil sonst wäre die Feuerwelle ja gar nicht da. Naja, wenn so Sonnenwinde auf sich treffen, aber ansonsten... Aber es ist ja Feuer, so. Ja, aber wenn der ganze Planeta permanent verbrennt, das wird ja halt auch die Atmosphäre, äh, früher oder später abkriegen. Nein, also, ich mein, das ergibt null Sinn, aber, äh, aber es ergibt, also, die Tatsache, dass da diese krassen Feuer, das sind ja nicht so Sonnenwinde, das ist ja einfach Feuer, äh, was da, äh, geballert wird, also, da verbrennt schon Sauerstoff, nur wo der herkommt, das ist auch keine Ahnung. Ja, okay, gut, aber halten wir es fest. Ne, aber, äh, diese ganze Welt, die einem präsentiert wird, die nimmt man sehr dankend an. Ja, absolut. Ey, ich mein, das ist auch alles wirklich wahnsinnig cheesy, wenn wir jetzt so, schauen wir uns mal die Gesellschaftsstrukturen der Necromonger an, ne? Die Necromonger sind im Prinzip eine Theokratie, also ein Gottesstaat, nur halt eben über mehrere Planeten. Ähm, du hast einen Anführer, nämlich der große Prophet, der das Underworld, also das Jenseits, das geheiligte Land, ähm, gesehen hat, und jetzt halt eben auf so einem, naja, auf so einer, auf so einer Missions... Na, die gehen missionieren, also nicht, äh, nicht im Sinne von Glaub an uns, sondern halt mit der Waffe vorm Gesicht, mehr oder weniger. Glaub an uns mit Ausrufezeichen. Ja, und sie haben ihren Propheten und sie, also ihren Messias dann da, und sie haben auch, äh, Propheten und mehr oder weniger Priester, die versuchen, die Leute zu bekehren. Den Purifier zum Beispiel. Genau. Ja, ähm, auch mit so wahnsinnig, ähm, sakralen, sag ich mal, ähm, Schiffen, die aussehen wie so Tempel, ne? Das ist also mit so Statuen voll und er hat der, der Lord Marshal selbst auch so einen Helm auf mit mehreren Gesichtern, ähm, was sich auch widerspiegelt auf diesen Gebäuden, da ist dieses mehrgesichtige Ding auch immer drauf, ist vermutlich ein Gott. Also wir wissen auch, dass die auch Götter haben, weil die, die Dings, die, äh, Dame Vako sagt mal, ähm, ähm, äh, ihr Elementals glaubt nicht an unsere Götter, ihr glaubt an gar keine Götter, hab ich gehört. Also die haben scheinbar auch Götter, nicht nur den Lord Marshal. Ja, die haben vor allen Dingen, äh, äh, der Lord Marshal in diesem Film ist ja der sechste Lord Marshal, also da gab's schon mal fünf, äh, fünf vor ihm und das siehst du auch in diesen ganzen Thronsälen und so, da sind riesige Statuen immer. Äh, und diese Statuen sind seine Vorgänger, also die haben auch so, so einen gewissen Kult im Kult nochmal irgendwie. Ja gut, dass die Mikros einen Totenkult haben. Ja, ja, aber, aber trotzdem find ich halt irgendwie auch ganz geil, dass das halt auch irgendwie da mit verbraten wird. Und dann, was mich ja total umgehauen hat, dieser ganze Mix aus irgendwie Sci-Fi und Fantasy bei Riddick. Also echt eher ein Fantasy-Film als ein Sci-Fi-Film, ne? Finde ich nämlich auch, ehrlich gesagt, weil diese, diese ganze, diese ganzen fabelhaften Wesen, die man da findet, also diese ganzen, weiß ich nicht, äh, Wölfe und, äh, wie gesagt, dann halt auch die Nekromonger mit ihren Rüstungen, die halt auch wirklich aussehen wie Ritterrüstungen, nur out of space. Und dann haben die aber trotzdem alle irgendwie Alien-eske, also aus der Reihe Alien, äh, wie vor den Space Marines halt Waffen. Ja. Space Waffen, mit denen die dann da rumballern, nicht einfach nur irgendwelche Dumm-Dumm und Wumm-Wumm Geschosse, äh, sondern halt wirklich irgendwelche Druckluftwaffen und irgendwelche elektronischen Waffen und so. Also, also, da geht's auch richtig ab, teilweise. Teilweise aber auch dann Nahkampf, ne, dass die da, wie gesagt, mit diesen Anime-artigen Äxten kloppen, die sich da ständig. Ähm, Vin Diesel halt mit dem Messer, dann haben die Schwerter, also, es ist wirklich ein richtig cooler Mix aus Fantasy und Science-Fiction-Anlehnungen. Also, von Hard-Cypher kann man da null sprechen. Ich glaube, der Science-Fiction-Satz, der fällt, ist, ich hasse diese Route, als er sagt, flieg zu dem Planeten. Also, ich glaube, näher kommen wir an die Wissenschaft nicht ran, als dass es zumindest eine Route gibt, die man berechnen muss. Aber ansonsten ist das halt, ja, also, hätten jetzt auch einzelne Kontinente auf einem fiktiven Planeten sein können. Ja. Planeten sind es völlig egal. Total, total. Also, die gehen ja auch auf die Planeten, die springen ja da auch hin und her, als wäre da halt irgendwie nix. Als wäre da nur eine Tagesreise dann die ganze Zeit, ne? Also, die Reisen an sich spielen ja null eine Rolle. Ja. Aber Vin Diesel hat ja auch im Zuge seiner Hybris über das, was er da geschaffen hat mit Riddick, weil diese ganze Saga drumherum, das ist ja mit auf seine Mist gewachsen. Ich habe auch geguckt, ich dachte immer, Riddick, ich dachte ganz lange immer, es wäre eine Comic-Vorlage oder irgendwas. Nee, das kam ja später. Riddick ist wirklich, das ist eine Eigenkreation. Und dafür, finde ich, haben sie es sehr verschenkt, weil was ich gesehen habe, halt gefällt mir persönlich. Und Vin Diesel selber hat mal, wie gesagt, in seinem Überschwang Riddick eine Zeit lang immer mit einer moderneren Herr-der-Ringe-Sage verglichen. Weil er sagen muss, okay, 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 Kollege, halt mal die Füße fest, oder? Lass mal die Kirche im Dorf, trink mal einen Tee und jetzt beruhig dich mal. Also, ich meine, er hat in dem Fall recht, als dass es auch Fantasy ist, immerhin. Ja. Aber das war es auch. Genau. Ja. Und es gibt auch Feuer. Ja. Ich habe mich halt zum Beispiel, als ich es jetzt nochmal gesehen habe, auch diese ganze Prophezeiungsgeschichte, dass die halt sagen, der Lord Marshall ist früher auf Furia, Furia heißt der Planet, auf Furia eingefallen und hat dort alle getötet, bis halt auf einer. Also, es wird halt auch sehr brutal immer dargestellt, was er dann immer sagt, die Babys wurden mit ihrer eigenen Nabelschnur erwirbt und so eine Sachen. Das basiert übrigens auf einem Spruch von Vin Diesel in Pitch Black. Da sagt er, dass er in einem Müllcontainer groß wurde oder gefunden wurde mit seiner eigenen Nabelschnur um den Hals. Ja, genau. Und in Riddick wird es dann erklärt, warum. Genau, weil er halt auch dachte, dass seine Mutter ihn halt verlassen hätte und Co. Und das ist halt Teil dieser Backstory, die uns dann so nach und nach halt erst präsentiert wird, was ich schade finde, weil, ähm, aber da wollte ich noch gar nicht hin. Äh, nee, woran es halt auch angelehnt ist, weil, äh, ein großer, zauberartiger Typ, der versucht, ähm, eine Prophezeiung nicht geschehen zu lassen und in ein Dorf geht und alle tötet bis auf einen einzigen, das ist halt Conan der Barbar. Stimmt, ja, ja. Das ist halt eins zu eins Conan der Barbar. Die Figur Riddick, also Richard B. hat auch ungefähr so viel Tiefgang wie die Figur Conan. So, ne, nur die Geschichte drumherum ist spannender als die Hauptfigur. Wie war das noch? Conan weint nicht, er hat keine Zeit zu weinen? Nee, er hat keine, äh, er kann nicht weinen. Ich weine für Conan, denn er kann nicht weinen. Ja, so ist Riddick ja auch. Denn er kann nicht weinen. Das ist voll geil. Ja, ey, großartig. Also, das Ding, ähm, wenn man sich jetzt die Figur Riddick, also Richard B. Riddick, wofür auch immer B steht. Das ist aber Bernd. Oder Biest, wahrscheinlich Biest, weil es ein Diesel-Charakter ist. Richard Biest Riddick. Ähm, wie gesagt, ne, der ist halt als kleines Baby halt mit der Nabelschnur um den Hals in einem Müllcontainer entdeckt worden und ist im Prinzip in Gefängnissen groß geworden. Und hat sich irgendwann im Laufe dieser Gefängnisaufenthalte für 20 Mentholzigaretten seine Augen rausnehmen lassen und ersetzen lassen durch Augen, die im Dunkeln sehen können. Das erzählt er, das erfahren wir ja in Riddick selber, dass das eine Lüge ist. Nee, Kira glaubt, dass es eine Lüge ist, weil sie niemanden gefunden hat, der es macht. Ja, und es ist, es ist eine Lüge, weil, äh, ah, ich hab mir den Directors Cut angeguckt. Ah, stimmt, der ist 15 Minuten länger nochmal, ne? Der ist 15 Minuten länger, genau. Und bei dem Directors Cut kommt nämlich da noch raus, dass, äh, deswegen haben auch die Furianer alle diese komische weiße Hand, diese pulsierende unter der, äh, unter der Brust. Weil das ist, ähm, wie kann man sagen, der Zorn aller Furianer in den letzten Überlebenden vereint. Deswegen kann auch Riddick irgendwann irgendwelche komischen Energiestöße ein- oder zweimal halt irgendwie aussenden, die ihn ja dann total, äh, bewusstlos machen und sowas. Das macht der? Das macht der, ja. Fun. Äh, auf, äh, Crematoria, kurz bevor er ohnmächtig wird. Und deswegen kann er auch dem Lord Marshall zum Beispiel widerstehen, als er, als er seine Seele dann auch nehmen möchte. Das ist jetzt sehr viel Lore an der Stelle. Also, ich bin alle Furianer, die Scheiße hat nicht Disney erfunden, sondern fucking Vin Diesel. So mehr oder weniger, er ist alle Furianer, trägt, trägt den Geist und die Rache der Furianer in sich. Deswegen ist er ja so übermenschlich schnell und so übermenschlich stark. Also er ist ja der Beste von allen, äh, mal wieder, weil, naja, Vin Diesel. Wieso Vin Diesel? Ähm, und das mit seinen Augen ist, äh, gegeben, weil auf Furia gibt es, und das erfährt man in den späteren, in den späteren, äh, Geschichten, die zwischen dem zweiten und dem dritten Riddick gekommen sind und in den Spielen, dass er nicht nur ein normaler Furianer ist, sondern ein Alpha-Furianer. Also einer, der noch stärker ist und der noch besser ist und der noch geschickter ist, weil das ist so ein, Furia muss so ein ganz, ganz, ähm, krasser Planet sein, wo die halt wirklich trainieren müssen und, und kämpfen müssen nonstop, um dort eigentlich zu überleben. Also die Legende von Spartan. Ja, so mehr oder weniger. Also die müssen wirklich, die müssen das Überleben lernen, mehr oder weniger. Oder perfektionieren eigentlich. Und das ist ja das, was Riddick macht. Der bricht aus Knästen aus und dann geht's halt weiter. Und diese leuchtenden Augen hat er, äh, wurden ihm gewährt von den Göttern, glaube ich, oder den Ahnen der Furianer, weil er der Letzte ist. Und die haben ihm erlaubt, dass er so gucken darf. Also dass man die operieren lassen kann, ist Quatsch. Das erzählt er nur. Weil die hat er gewährt bekommen. Das würde ja im Prinzip bedeuten, dass diese Viecher, diese wolfsartigen Biester da auf Krematoria, ähm, die sie da halten, um, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum? Weil der eine brüllt ja noch. Nur um die Gefangenen zu schikanieren eigentlich, ne? Ja, scheinbar, ja. Also da gibt's so eine Szene, wo es dann heißt, Fütterungszeit. Und du denkst schon so, ah, jetzt kriegen die was zu essen. Ne, die leiten dann so merkwürdige, stachelige Echsenwölfe rein, die rot werden, wenn sie wütend sind. Ähm, die, ja, die rennen, die rennen dann da rum. Und der, der Anführer der, der, der guten Gefangenen sagt ja auch noch irgendwie, haltet ihr uns nur für eine Herde? Also die füttern nicht die Menschen, die füttern diese Viecher. Die kommen hundertprohnend nicht von diesem Planeten, weil, wo sollen die da leben? Ne, also da ist einfach kein Leben möglich auf diesem Planeten. Ähm, aber die haben dieselben Augen wie er. Also wie Riddick. Vielleicht sind die von Furia. Ja, wer weiß. Er sagt ja auch, es ist so eine Art Seelenverwandtschaft. Ja, wer weiß. Vielleicht kommen die von Furia. Genauso könnte ich mir das halt irgendwie auch vorstellen. Aber das ist sowieso, in dem Film ist halt auch, ey, die, die, äh, wenn er den mal gucken möchte, die Theaterperson ist schon ganz geil, ähm, den, den Directors Cut kann ich persönlich nicht empfehlen, weil der ist irgendwie, irgendwie ist der riesengroß und aufgeblasen. Und was einen dabei halt noch mehr irgendwie stört ist, die hatten den Film eigentlich angelegt als FSK 18, also R-Rated, sagt man ja, Amerika so schön. Und damit sie halt, weil sie schon damit gerechnet haben, dass das nicht ein sehr großer Erfolg wird, hat halt Studio darauf beharrt, dass es PG-13 wird, also ab 12. Und deswegen ist so viel rausgeflogen und das rettet der Directors Cut auch nicht. Aber der Directors Cut hat noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tiefe, noch ein bisschen, erklärt noch hier und da so Kleinigkeiten nochmal mehr. Ja, das finde ich ja eigentlich immer ganz schön, ne? Also wir leben ja hier unter dem Leitsatz, äh, erklären heißt immer entzaubern. Ist auch so, aber nicht, wenn man so kleine Hinweise mal immer wieder kriegt. Das macht ja Bock, so, ne? So, hier so, hier hast du nochmal so ein Blatt, da steht noch ein Satz drauf. Ey, das erklärt das ja. Ja, aber was heißt denn das? Das sag ich dir nicht. So, das ist halt schön, so, ne? Dafür musst du weiterspielen. Genau. Weiter gucken. Genau. Fortsetzung folgt. Was bei der Lore, äh, noch scheinbar ein Ding ist, ist die Existenz der Erde. Die scheint es ja mal gegeben zu haben. A, haben die unsere Zeitrechnung, also mit 2676. Oh stimmt, du hast recht. Und es gibt die Stadt Neumekka. Ja. Also das ist ja praktisch die Neuauflage von Mekka. Ja. Also scheinbar ist die Erde ein Ding. Ha, stimmt, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, du hast recht. Also in 600 Jahren könnten wir auch Furianer und Elementals treffen. Weiß nicht, ob wir das wollen, aber... Ach, keine Ahnung, also wenn ich dann wieder den knackigen 2004 Riddick, äh, Vin Diesel bekomme, dann bin ich dabei. Aber nur zum Gucken, nicht zum Reden. Ja. Ähm, ja. Vielleicht noch ganz interessant, rund um den Film halt, ähm, David Cronenberg, Guillermo del Toro und Peter Jackson wurden tatsächlich angefragt, ob die Regie führen würden bei dem Film. Und jetzt stell dir mal, stell dir Riddick mal unter der Regie von David Cronenberg vor, Alter. Okay, das wär fies gewesen. Boah, das wär, das wär ein richtig abgefuckter Body-Horror-Film geworden, ey, bestimmt geil. So der Lord Marshall, der mit der Seele von dem Typen verschmilzt oder sobald seine Seele raus ist, fängt er an so vor sich hin zu schmelzen oder irgendwas so. Boah, ey. Aber geil wär tatsächlich von Guillermo del Toro, dass es so eine Art super fieses, modernes Märchen dann daraus wird. Mhm. Wovon Chronicles of Riddick ja leichte Anflüge hat. Also keine guten, aber sie sind ja da. Das hat ja so was Märcheneskes, so wie bei Star Wars. Ja. Oder, ne? Nur schlechter. Ähm, Dame Judi Dench ist tatsächlich, also es war Vin Diesels persönlicher Wunsch, dass Dame Judi Dench bei diesem Film halt mitmacht, um die Elemental zu spielen und hat ihr auch gesagt, bevor du nicht gecastet bist oder bevor du nicht ja sagst, fangen wir das Casting nicht an. Deswegen hat sie darauf dann gesagt, machen wir das. Das ist erstmal ordentliche Bestechung, ordentliches Blackmailing, ne? Erpressung meine ich, nicht Bestechung, Erpressung. Und, ähm, Judi Dench hat dann irgendwann mal in irgendeiner ihrer Biografien dann auch gesagt, dass sie den Film, dass sie nicht verstanden hat, was sie da macht. Dass sie nicht verstanden hat, worum es in dem Film jetzt eigentlich geht, aber dass sie irgendwie ihr Kostüm und die Sets total geil fand und deswegen eigentlich gesagt hat, sie macht mit. Äh, ich mein, viel von dem, was wir heute gesagt haben, ist im Prinzip genau das Gleiche. Wir finden das Kostüm und das Set ziemlich cool. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, da ist ein bisschen Lore, was mir präsentiert wird und der Rest entsteht irgendwie in meinem Kopf. Das ist das, was Riddick halt ausmacht. Was noch ganz interessant ist, der Film wurde in Kanada gedreht und da war ungefähr zur Hälfte des Produktionszeitraums waren die, waren die Sets von Riddick, die waren, die gesamte Filmproduktion, war der drittgrößte Stromverbraucher in Kanada zu der Zeit. Alter, was haben die denn da gemacht? Alter, da hab ich auch gedacht so, Junge, ne? Die Anfang 2000er, Klimawandel ist noch weit weg, so hau richtig raus, lass jede Glühbirne an, nur. Wollen wir das Licht ausmachen? Weißt du was? Lass leuchten. Aber wir haben sechs Wochen Pause. Lass die Nummer leuchten. Wenn Diesel findet, er schwitzt nicht richtig auf Crematoria. Komm, mach mal 40 Grad hoch. So, was noch? Wir können ihn auch mit Wasser. Nein, mach die Lampe an. Mach die Lampe an. Können wir da wenigstens das Tor zumachen? Aber dann fang ich ja an zu schwitzen, ne? Tor bleibt auf. Mach an. Scheiße. War nur andere Zeiten, ne? Volle Punkt. Ich find das so krass. Eine Filmproduktionsfirma, die der drittgrößte Stromverbraucher Kanadas wird, Alter. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Ja, ey, Alter. Und auch ganz schön daneben. Da musst du auch echt, Alter. Wenn da der Strom ausgeht, gewinnst du die Energie aus Menschenverbrennung, ey. Scheiße, ey. Diese komischen Knackdinger, die man im Film sieht. Also der Film hat ja einen ganz, ganz großen analogen Anteil halt auch irgendwie. So modern. Also es ist so ein bisschen Dune-esk. Der bedient sich von ganz vielen Franchises, nimmt er sich das Beste irgendwie immer manchmal raus. Also von Dune sogar relativ viel gefühlt. Also allein was das Design und die Technologie der Necromonga angeht, das erinnert super an Dune. Ja, volle Pulle. Sieht halt aus wie bei den Harkonnen. Ja. Und die haben halt so, wie kann man sagen, so kleine, knackende, violette Dinger mit so einer Taucherbrille vor dem Gesicht. Ja, das sind ja Dudes. Vorm Gesicht. Das sind ja irgendwelche Typen. Ja, die sehen halt aus, als wären die mit Drogen vollgepumpt. Aber mit dieser violetten Taucherbrille vor der Nase oder mit dem violetten Licht drin, können die sehen, ob Leute noch leben. Was halt die Armee benutzt, um dann Leute, die halt nicht tot sind, noch nachträglich halt abzuknallen. Und diese Dudes, weil die sich halt auch so ganz, die sind ja so ganz schlagsig und bewegen sich so seltsam und immer so gebückt. Das waren Darsteller aus dem Cirque du Soleil. Ach, echt? Ja, weil es spezielle Anforderungen brauchte, dass du dich die ganze Zeit so bewegst und diesen komischen Bewegungsablauf halt drauf hast. Scheiße. Ey, die Idee dieser wandelnden Kameras, also anderes ist es ja nicht, das sind Wärmebildkameras nur als Menschen. Vor allem, weil da auch immer jemand hinterherläuft mit so einem Controller in der Hand und so einem hässlichen Display, wo er drauf guckt, was die sehen. Ja, ey, wie wäre es, wenn du die nicht vollpumpst, denen so eine Taucherbrille aufsetzt und sie fragst? Oder eine Waffelnjagd? Ja, ja, irgendwas. Soll die das selber machen? Also es ist ein bisschen ineffizient, aber da gibt es deswegen, also wegen diesen Dudes, diese geile Einstellung, wo man so eine POV, also so eine aus der Sicht dieses Typen, sieht, wie Riddick ihm das Genick bricht. Das ist schon ein ziemlich cooler Move. Ja, wenn du halt wirklich siehst, wie er seinen Kopf halt umdreht und dann, wenn er falschrum eigentlich schon drauf ist, nur Riddick sieht, wie er völlig angespannt ist. Diesen Kopf versucht er zu drehen, super witzig. Also es ist eine geile, aber auch super witzige Szene zugleich. Während der Drehpausen hat sich Vin Diesel tatsächlich sehr häufig mit Karl Urban die Zeit vertrieben, denn die Umbauten waren relativ, naja, was heißt relativ, die waren schon ziemlich krass. Es gibt Geschichten, dass dieses Kostüm vom Lord Marshall bis zu zwölf Stunden zum Auftragen gebraucht hat, wo ich da sage, Bullshit. Alter, der hat überhaupt kein Make-up in der Fresse. Naja, kein Make-up, aber dieses Kostüm und dann ist das so feinteilig. Jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, muss ich sagen, der trägt halt eine Rüstung und irgendein Zeug auf den Kopf. Ich meine nicht, dass das zwölf Stunden dauert. Ich glaube, das ist halt, das ist so 2004. Wir haben den Film mit übertreiben, mit allem, damit die Leute denken, boah, heftig. Oder die Leute im Kostüm-Design waren scheiße. Ja, kann natürlich auch sein. Aber er hat sich auf jeden Fall die Drehpausen mit Karl Urban vertrieben. Und zwar haben sie ziemlich intensiv Dungeons & Dragons gespielt. Karl Urban ist ein totaler Dungeons & Dragons-Fan und der hat wohl immer ein Spielbrett dabei. Und wenn Drehpause ist und heißt, ihr habt jetzt eine Stunde, wir bauen hier um. Hört, komm, Vini, komm, dann spielen wir jetzt Dungeons & Dragons. Und kriegt er mit den Dungeons & Dragons. Komm, Vini, pack deine Nachtelfen aus, geht los. Das habe ich tatsächlich auch mal in einem Interview zu The Boys gehört. Da hat er das auch gemacht. Also, der sitzt wohl auch am Set von The Boys und hat D&D dabei. Puh, geil eigentlich, ey. Super Zeitvertreibung, ich habe mir auch schon gedacht. Ob die das bei Herderinge auch gemacht haben? Ich denke mir immer, wenn wir auf Tour sind, wir haben ja manchmal auch, wenn es gut läuft, wenn wir das schon ein paar Mal gespielt haben, dann sitzen wir ja manchmal auch hinten und haben eine Stunde nichts zu tun. Dann sollten wir auch entweder dann eines Kartenspielen mitnehmen. Was auch D&D ist? Genau, oh, stimmt. Was supergeil ist. D&D Mayhem. Ja, D&D Mayhem. Sehr, sehr große Spieleempfehlung. Tobi hat es mir in zehn Minuten beigebracht und wir hatten in einer Viertelstunde drei Spiele durch. War der Hammer. Ja, macht richtig Bock. Oder wir nehmen uns einfach mal wirklich irgend so ein DSA-Set mit und packen das immer wieder mal auf. Ja, warum mache ich dich? Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Ja, finde ich eigentlich auch ganz witzig. So, Tobi, du bist jetzt kein Zwerg mehr, du musst jetzt auf die Bühne. Ich bin aber nicht. Und da hast du den Würfel dabei. Warte, warte. Siebzehn. Fuck, ich muss auf die Bühne. Warte, warte. Siebzehn. Ach, siebzehn Minuten noch. Schönen Dank, ey. Ja, genau. Feuerball ins Gesicht. Und der Darsteller, einen Fakt habe ich noch einen schönen und zwar der Darsteller, der den Toomes gespielt hat, also diesen Merc, der fand seine Rolle so geil und hat so viel Energie in diesen Charakter reingelegt. Das sieht man aber auch. Der hat richtig Bock, ey. Kumpel, ey, was hast du denn für Hobbys, ne? Der fand das so geil, dass er tatsächlich, nachdem Riddick fertig war, ein Merc-Kochbuch geschrieben hat. Das gibt's bei Amazon. Und was soll ich sagen? Ein Merc ist offensichtlich sehr der amerikanischen Küche gerecht. Nick Chinlund heißt der übrigens, den kennt man sogar, der taucht überall immer mal wieder auf. Das ist so ein typischer Nebendarsteller. Ja, so einer, den du erkennst, aber irgendwie auch nicht. Ja, genau. Kein Mensch weiß, wie er heißt, aber oh, den habe ich mal in der Serie, weiß ich nicht mehr, gesehen. Mr. What's-It-Face. Ja, Mr. What's-It-Face, genau. So, Tobi, was meinst du? Machen wir kurz mal ein Päuschen und dann reden wir doch mal darüber, warum wir Riddick eigentlich geil finden. Weil ich glaube, wir haben jetzt sehr viele Gründe genannt, warum der Film eigentlich beschissen ist. Ja. Aber ich finde, man kann auch mal darüber reden, warum der geil ist. Weil ich persönlich habe für mich jetzt beim Gucken wieder entdeckt, was ich an diesem Film eigentlich toll finde. Ja. Weil der ist der Schrei 2004. Genau, das haben wir noch. Dann sprechen wir noch natürlich kurz über das Thema Antihelden. Ähm, weil, ne, wir haben ja hier so einen klassischen Antihelden. Ich habe auch tatsächlich im Sinne von Geists, das ergibt überhaupt keinen Sinn, in Geiste von Freds Gesinnung, das wollte ich eigentlich sagen, ein bisschen Harz, äh, 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 ist eins dabei. Uh. Ja. Allerdings habe ich... Zu dick. Ja, ja. Okay. Allerdings habe ich, kann ich schon mal spoilern, nicht ganz begriffen. Ähm, erkläre ich euch gleich wieso. Ähm, das wird wahrscheinlich vielen so gehen, dass das keiner ralt. Und, ähm, genau. Wir sehen uns, äh, hören uns nach der Pause wieder. Wir gehen kurz Pepe machen. Und gucken ins Underworld. Und gucken mal kurz ins Underworld. Bis gleich. So, wir sind gestärkt. Wir haben uns versucht, da wieder ein wenig zu beruhigen. Nur um uns jetzt wieder hochzufahren. Denn, äh, Richard. Was ist denn jetzt so toll an dem Film? Ja, was ist... Woran are you laying? Ich kann euch sagen, woran are you... Nee, ey. Riddick ist, ähm, um mal ein bisschen in die Filmwissenschaft zu kommen, der ist aus dem Jahr 2004. Und gerade so alle möglichen Actionfilme, die rund um 9-11, also den 11. September 2001, entstanden sind, die haben wahrscheinlich selber gemerkt, dass sie gerade so richtig keiner guckt. Weil Actionfilme sind zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen abgeflacht. Ich sag's ja immer gerne, Lara Croft ist der letzte Dummdödel-Actionfilm, den es halt irgendwie gab, wo wirklich alles komplett aus dem Fuhren halt irgendwie geriet. Ähm, und der Actionfilm befand sich zu dem Zeitpunkt in so einer ganz, gerade auch der Sci-Fi-Film, Sci-Fi-Action, in so einer ganz weirden Situation, dass die halt auch zum Beispiel überhaupt gar keine klaren Kameraeinstellungen haben in diesem Film. Also einfach alles wird irgendwie schräg gefilmt. Alles ist noch an richtigen Sets, was ich total geil finde. Äh, und was mich persönlich an diesem Film so sehr auch reizt, dieser Versuch, CGI damit reinzubringen, ohne sich darauf zu verlassen. Also wirklich noch, ähm, wirklich noch Sachen und Sets und Licht zu machen und die Leute nicht einfach nur blind auf so einer Greenscreen halt stehen zu lassen. Und das ist was, was ich diesem Film halt ganz groß anrechne, weil die sind da auf fremden Planeten, die sind in Raumschiffen unterwegs, da gehen tausend weirde Sachen halt irgendwie ab. Und du hast aber nie das Gefühl, dass dich irgendein Effekt jetzt so richtig irgendwie aus der Bahn halt wirft. Und das ist was, weswegen ich diesen Film, diesem Film halt wirklich einen gewissen Kultstatus halt auch zurechnen mag, weil der, der war auch mal irgendwie, obwohl der von ganz vielen klaut, der war auch mal irgendwie neu. Ja, der war relativ originell, sag ich mal, ne? Also ist natürlich ein großes Wort für so einen dödligen Film, aber man muss dem Film lassen, dass er relativ kreativ ist. Ähm, zum einen, was, was, was ich ja persönlich total geil finde, ähm, ist die Licht und, das Licht- und Farbenspiel. Also wir haben sehr, sehr krasse Gelbtöne, gerade bei den, bei den Necromongern, wenn sie außerhalb ihres Palastes sind. Es ist gefühlt immer Sonnenuntergang, überall. Ja, stimmt. Außer, ähm, halt, ähm, wenn Riddick, ich sag mal, so richtig in Action ist, weil natürlich, wie bei Pitch Black, spielt viel im Dunkeln. Muss es ja auch, ne? Ich zitiere ihn immer wieder gerne, unseren großen Richard B. Riddick. Richard Beer Riddick? Richard Beer Riddick. Also, ich hoffe, ich hab keine Angst im Dunkeln. Das Licht tut meinen Augen weh. Ja. Das ist so geil. Und er macht mit seinen Händen zwei Kerzen aus. Und schlachtet die da ab. Ja, und alleine solche Spielereien, also wo sich halt auch noch richtig Gedanken gemacht wurde, so, wir haben Actionfilme und die hauen sich jetzt nicht boxtechnisch einfach nur auf die Fresse, wie bei Fast and Furious oder sowas, sondern du hast halt auch irgendwie einen Charakter, äh, was heißt irgendwie, du hast einen Charakter, der so seinen eigenen Kampfstil hat und weiß, wer er ist. Das fand ich, das finde ich heute noch sehr erfrischend, dass ich einfach weiß, wie bei John Wick halt, der kann die Dinge, die er kann, es wird nicht extrem viel auf seine Vergangenheit eingegangen und ich hab damit einen Charakter, bei dem ich sagen kann, wirklich noch die Wahl hab, mag ich den jetzt oder mag ich den nicht? Also mir wird nicht vorgegeben, den zu mögen. Nee, überhaupt nicht. Also der ist auch kein Sympathieträger. Im Gegenteil eigentlich, der ist eigentlich ein ziemlicher Arsch. Also ich mein, außer, dass er jetzt einmal Kira rettet, ähm, bei dieser Nummer, die ich vorhin meinte, wo er von dem Berg da springt und dann so dampft, da zeigt er einmal eine schon fast altruistische Geste, aber ansonsten ist er halt, naja, bedacht darauf, seinen eigenen Arsch zu retten. Ja, und vor allen Dingen einfach nur auch, ähm, Produkt seiner Umwelt. Der ist halt einfach, es gibt diese ganzen Extreme auf diesem Planeten, in diesen Glaubensrichtungen, in diesen, diesen Systemen dort halt einfach und Riddick ist wie so eine, wie kann man sagen, überlebensfähige Kakerlake, der bewegt sich durch das alles halt irgendwie hindurch und will eigentlich, ich mein, es gibt einen Grund, warum sie am Anfang des Films auf einem total vereisten Planeten jagen, da ist der hingegangen, um alleine zu sein. Ja, genau. Also, ähm, dazu übrigens, ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, warum wir den Film gut finden, ähm, es gibt natürlich relativ viele Werke um diese Filme herum, ne, wir haben schon über die Videospiele, äh, die haben wir kurz angeschnitten, äh, will ich jetzt auch gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen, Escape from Butcher Bay ist, du escapest from Butcher Bay, ja, das ist überhaupt nicht Butcher Bay, ne, Butcher Bay war, doch, doch, das ist Escape from Butcher Bay. Ah, ja. Woran hab ich jetzt gedacht? An den Bay Harbor Metzger, vergiss es, genau, ich schau grad, das kommt irgendwie bekannt vor, äh, ja, Butcher Bay, ähm, ja, da escapest du halt aus Butcher Bay, so, ne, das ist die Handlung. Die ist auch nicht schlecht, das ist ein sehr schönes Computerspiel, wie ich finde, das hat echt Bock gemacht damals, ähm, da gibt's noch ein zweites hier, äh, Dark Athena, hab ich selber nie gespielt, keine Ahnung. Ich leider auch nicht, hab nur das erste gespielt, das war ja so ein Riesenhit, das war ja erst irgendwie Xbox-exclusive und dann wurde das später adaptiert, aber ich fand's auch geil, das war so Splinter Cell, äh, mit, mit brutalen Elementen drin, aber das hast du halt auch so, das hast du heute halt auch überall, ne? Ja, genau, genau, aber damals war das schon ein sehr cooles Spiel, haben auch gefühlt alle gezockt damals, äh, war auch im Schulhof echt Thema und, ähm, dann gibt's natürlich auch so Kurzfilme, das sind so kleine Animationsfilme, ähm, so im, im Geiste von, von Animatrix und solche Geschichten, diese kurz, oder diese begleitenden Kurzfilme, diese animierten Kurzfilme, um kurz die Sparte zwischen zwei Teilen klarzumachen. Bei Animatrix war's ja zwischen eins und zwei oder zwischen zwei und drei, weiß ich nicht mehr, ist auch egal, ähm, wo sie dann nochmal kurz erklären, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Und, ähm, von Riddick gibt's auch einen, da erklären sie, was zwischen eins und zwei passiert ist. Also, was ist passiert, nachdem, ähm, Imam Jack und Riddick, ähm, diesen Planeten aus Pitch Black verlassen haben und wie Riddick auf diesem Eisplaneten gelandet ist. Den hab ich mir sogar angeguckt, der ist gar nicht schlecht, also vor ein paar Jahren mal, ähm, der ist ein bisschen stumpf, weil es geht hauptsächlich um so Gladiator, der wird dann zu so einem Gladiator gemacht und, und bla. Also, irgendwelche Mercs, ähm, schnappen die unterwegs auf, die sind halt auf dem Weg nach Neumekka, äh, da wird dann ganz viel gekämpft und so weiter und am Ende, ähm, weil Jack immer gewalttätiger wird, sagt Riddick zu Imam, ey, du nimmst die jetzt mal mit nach Neumekka und hältst die von solchen Leuten wie mir fern. Und deswegen verpisst er sich und deswegen weiß Imam auch, wo der ist. Ah. Also, wenn was ist, ruf mich an, so ungefähr, ähm, aber guck, dass die Kleine von, von solchen Leuten wie mir ferngehalten wird. Deswegen ist der auch so angepisst, dass Kira im Knast sitzt. Hm. Weil genau das wollte der verhindern, dadurch, dass er auf dieser scheiß Eiswüste da unterwegs ist. Ah, guck an. Und auch so angepisst, dass sie zu den Mercs gegangen ist, um sich ausbilden zu lassen. Also, genau das sollte sie eben nicht tun. Hm. Naja. So, ähm, genau, das nochmal kurz eingeworfen. Ja, aber kannst mal sehen, halt die, die Geschichte da drumherum ist nochmal, die hat so viel Potenzial eigentlich auch, weil ich sag's immer wieder gerne, aber diese Welt, die mir bei Riddick aufgemacht wird, die spricht mich an. Total, ja. Die spricht mich einfach an. Ich find das interessant mit diesem neuen Mecca und mit den Necromongern und, äh, Crematoria und so. Und das sieht ja auch alles ziemlich geil aus. Und dazu, dann hast du halt auch noch einen Riddick, der, klar, der ist ein bisschen so bulletproof Batman so. Der kann halt irgendwie, der kann halt irgendwie alles und ist ein fucking Badass und so. Aber den nehm ich das auch ab, weil ich echt das Gefühl hab, jedes Mal, wenn ich das halt auch gucke, oh, was macht er denn jetzt? Also der kann nicht Dinge einfach nur, weil er sie kann, sondern du kriegst bei ihm immer das Gefühl, der muss das können. Aus Gründen, weil der das irgendwann schon mal machen musste. Ja, ähm, ja, er ist schon ein Angeber, ähm, was aber, also ich sag mal so, Leute, die mit den Dingen angeben, die sie tatsächlich können, ähm, nehme ich das jetzt nicht so krumm, sag mal, weil sie können's ja wenigstens wirklich. Und er ist schon der Krasseste, der rumläuft. Was ich hier aber spannend finde, gerade in Riddick, ist, dass der überhaupt gar kein Interesse daran hat, ähm, all das zu nutzen, um irgendwas zu tun. Was ihn halt interessiert ist, lasst mich in Ruhe. Ja. So, ne, also der, der macht ja nichts anderes als zu entkommen und zu überleben. Hier die, äh, Dame Judi Dench sagt das ja auch mal, ne, ähm, ein Furianer mit dem Talent zu überleben oder so ähnlich drückt sie es aus. Ja, im dritten Teil, der heißt sogar der Film so, Überleben ist seine Rache. Äh, dann lassen wir, der heißt einfach so, dann lassen wir jetzt mal weg, ähm, weil das ist vorher schon, also auch im Pitch Black ja Thema, ähm, er kann halt wahnsinnig gut überleben und dafür hat er alle Skills, die man braucht. Ja. Und im Zweifel eben auch Leute umbringen. Ja. Um seinen Arsch zu retten. Und das ist eine sehr spannende, äh, oder ein sehr spannender Umgang mit einem völlig overpowerten Charakter. Du gibst ihm halt eine Schwäche, nämlich, ähm, also eine, eine, für den Zuschauer eine Schwäche, ähm, ja, der interessiert sich nicht dafür, dass er das alles kann. Der muss das können. Aber der, der setzt sich ja nicht mit Absicht auf diesen Thron, um der Chef der Necromonger zu werden. Der tötet den, weil der Kira getötet hat. Nicht, weil der geil auf Macht ist oder weil der einen Regimewechsel will oder was weiß ich. Mhm. Sondern der will einfach A, in Ruhe gelassen werden und B, die einzige Person, die ihm was bedeutet, nämlich Kira, äh, zu rächen und oder zu retten. Ja, und das ist vor allen Dingen ein Charakter-Trope, sagt man ja so liebevoll, den wir halt auch bei anderen sehr liebgewonnenen Charakteren finden, wie zum Beispiel halt auch Geralt, äh, of Rivia, der, der, der Witcher. Same, same. Ähm. Komplett overpowered. Komplett overpowered, hat Fähigkeiten, die, äh, zu tausend Sachen halt irgendwie eingesetzt werden können. Aber was macht er damit? Geld verdienen. Ja. Er macht seinen Job. Er macht das, was er halt am besten kann halt irgendwie. Und da muss ich halt auch sagen, da steckt, weiß ich nicht, ob das, ob das mit zunehmendem Alter bei ihm dann selber kommt, wie so, boah, Alter, ein Typ, der einfach seine Skills einsetzen kann, um halt irgendwie Geld damit zu verdienen. Äh, ja, spricht mich irgendwo an. Ich kann fotografieren, also habe ich damit halt Geld verdient, so, ne? Ja. Und ist einfach für mich persönlich etwas, etwas sehr Interessantes. Hat so einen Aus, so einen Aussteigercharakter halt auch irgendwie, weißt du? Ja, ja, gerade bei Riddick. Ja, ich bin nicht Teil dieses Systems, ich bewege mich nur darin. Und wenn ich's brauche, benutze ich's und wenn nicht, dann nicht. Also jemand, der einfach als Teil seiner eigenen Umwelt einfach nur alles irgendwie nutzt, um selber eigentlich über die Runden zu kommen, bis er irgendwann mal zu alt und zu klapprig dafür wird wahrscheinlich. Und bis dahin ist er halt, hat er sich halt den Namen gemacht als, das ist der Ja, Riddick. So, tötet den Riddick. Und, ähm, es gibt in Pitch Black diesen Punkt, wo er zu der, ich glaube, Navigatorin ist sie? Ist es nicht die Käpt'in? Ich sag mal Käpt'in, ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Sagen wir das, damit wir keinen Ärger kriegen. Die Käpt'in, ähm, sondern ich glaube, die Navigatorin, ich bin mir aber nicht ganz sicher, oder Steuerfrau, keine Ahnung, ähm, die in Pitch Black dieses Schiff steuert, mit dem sie abstürzen. Und sie trennt dann ja unter Diskussion, ähm, hinten den Antrieb ist es, glaube ich, und den Frachtraum ab und will aber auch den Passagierteil abtrennen, wo die ganzen Leute in der Kyrostase noch sind. Davon wird sie dann abgehalten. Und Riddick kriegt dann halt raus, dass sie das gemacht hat und sie rechtfertigt sich damit, mit, ey, ich wollte meinen Arsch retten und meine Überlebenschancen waren deutlich höher, wenn ich alle anderen verrecken lasse. Und daraufhin freunden die sich an. Oder beziehungsweise daraufhin schließt er sich denen an. So, das respektiert er halt, ne? Weil genau so ist er auch. Den interessiert nicht, was aus der Crew aus Pitch Black wird. Den interessiert, dass er seinen Arsch retten kann. Und deswegen verbündet er sich mit denen. Das macht er im dritten Teil dann ja wieder. Ja, wie gesagt, der ist ein bisschen doof, weil er wirklich wahnsinnig repetitiv ist. Aber, sondern diese Idee, dass, ey, mein Arsch interessiert mich und alles andere ist mir scheißegal, ist super cool, wenn du einen Charakter hast, der so overpowered ist, dass die Handlung langweilig wird, wenn er mitspielen würde. Siehe zum Beispiel. Wenn er mitspielen würde, ist ein gutes Wort da, ja. Siehe zum Beispiel Superman. Genau das macht ihn langweilig. Ähm, hier, Black Adam, das macht ihn langweilig. So, weil er mitspielt. Ja, mit ein bisschen Gemotze, aber er spielt mit, so, ne? Und nicht, dass ihm nichts an die Hand gegeben wurde, was ihn für uns Zuschauer wieder schwächer macht. Weil das, dann wird ein Charakter interessant, wenn er Schwächen hat. Ja. Und da, finde ich, liegt auch die Falltiefe in dem Film auch sehr drin, weil Riddick, ja, der ist eine Force of Nature halt einfach, ne? Wenn du dich ihm in den Weg stellst, geh davon aus, du wirst höchstwahrscheinlich sterben. Ja. Und, dass er aber, wenn er einen Teil von sich irgendwie preisgibt, dann auch sofort zu 100% angreifbar wird. Ja. Und das finde ich halt auch geil. Nichtsdestoweniger hatte ich halt auch gesagt, ey, so ein 2004, Vin Diesel, wenn er halt wirklich, wirklich diese Attitüde halt auch durchgezogen hätte. Ich weiß, ein Jahr später wurde Batman Begins gemacht. Und Christian Bale in allen Ehren. Aber ich glaube, einfach so einen dummduseligen Batman-Film irgendwie, einfach Comic-esk in Gotham City irgendwie mit Vin Diesel als Batman. Ja, doch, doch, den hätte ich mir angeguckt. Den hätte ich mir angeguckt, den hätte ich mir auch irgendwo gefallen lassen. Ich weiß, für die Aussage werde ich definitiv... Ich wollte gerade sagen, ich höre die Schreie der HörerInnen aus der Zukunft. Batman mit Vin Diesel. Ich werde dafür auch definitiv Post kriegen, so, das Wichtigste ist Familie. Aber hey, warum geht's in Batman auch? Nee, aber... Ja, aber ich weiß, was du meinst, weil der hatte schon damals einen geilen Flair, der Typ. Ja, ganz genau. Halt dieses einfach, dieses, dieses... Nicht so richtig, dass du in seinen Kopf gucken kannst, dass er irgendwie immer einen Plan hat, dass er... Wie bei Triple X. Ja, dass er, ähm, nicht... Also, ähm, im Vergleich zu Triple X ist ja Riddick jetzt zum Beispiel überhaupt nicht cocky. Also, er gibt ja überhaupt nicht an mit dem, was er kann. Ja, gut, das stimmt. Ja, ja, doch. Na, er ist, er ist ein Angeber, wenn er herausgefordert wird, weil da wird dann halt ganz schnell gesagt, so, Junge, macht das mal... Also, er warnt ja sogar noch. Der sagt ja noch, Junge, macht das mal lieber nicht. Nicht mit mir. Na, wenn du das sagst. Genau. Und da ist er halt ein totaler Angeber dann. So, auf der anderen Seite, ja, der Erfolg gibt ihm aber leider recht, er kann auch was, ne? Ja, ja, total. Aber, ja, dieses Gedankenspiel, dass der 2000er Vin Diesel, komplett unvorstellbar, dass der mal cool war, ähm, wenn der denn Batman, das hätte auf keinen Fall Batman Begins sein dürfen. Das hätte dann so ein Batman-Action-Film sein müssen. Nein, das hätte so ein Adam-West-Batman sein, also auch nicht das, aber das hätte so ein Draufhau-Batman. Ja, so ein Ben, äh, äh, hier, äh, Batfleck, so einen, weißt du, so, hier, Ben Affleck als Batman. Ja. So den Typ, so dieser harte, fiese Batman, so, ne? Ja, genau, der, der wirklich Leute zu muusklummt halt auch einfach. Lass den keine Detektivarbeit machen, aber lass den von Gebäuden springen und lass den coole Moves machen oder sowas. Und dann immer, ich bin Batman. Weil mehr kann er ja nicht, als immer nur so zu reden. Er ist halt immer nur Batman oder Richard B. Riddick. Mein Name ist Richard B. Riddick. I am here to kill you. Ja, leider war er das ja nicht, aber gut. Ja, aber das, das macht, finde ich persönlich, den ganz großen Zauber, äh, irgendwie von Riddick-Chroniken eines Kriegers aus, dass halt, dass man selber beim Gucken, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dieses unfassbare Potenzial sieht. Weil, wie gesagt, das war irgendwie, es war mal kreativ, es war Unmengen zusammengeklaut, aber daraus hätte man auch so viel geilen Scheiß machen können. Ja, also ich hätte zum Beispiel gerne auch, ähm, also basierend auf dem, was wir jetzt so geil an dem Film finden, einen dritten Teil gesehen, was ich vorhin schon mal meinte, mit ihm als Lord Marshall und diesem Putsch. Weil es wäre wahnsinnig spannend gewesen zu sehen, was macht denn so ein Charakter, wenn er Macht hat, so ne? Und vor allem, wenn sich ein, sorry, aber gigantisches Imperium, ähm, auf ihn verlässt. Und das ja aus einer Ideologie heraus, aus einem Glauben heraus, also der kann sich ja nicht abwählen lassen, kann sich kein Misstrauensvotum gegen den Lord Marshall stellen, so ne? Ja, der ist halt, der ist halt, ja, wie gesagt, verschenktes Potenzial. Was ich an dem Film ja auch sehr feiere, ähm, ist die Optik der Charaktere. Fuck sind die, also das sind ja alles super hotte Menschen, aber lassen die die hässlich aussehen? Ja! Die sind alle dreckig, die schwitzen, die haben vollgekackte Hosen an, also gefühlt. Ja. Es ist wirklich geil, so ist echt so Secondhand-Galaxie-mäßig. Was übrigens auch im Film gesagt wird, als man eine sehr, äh, holperige Landung auf Crematoria anscheht, ah, ich glaub, ich hab mir in die Hosen gekackt. Ja, stimmt, stimmt, ja. Und er dann da wieder so ist, sehr nervös, Toos. Und er eine sehr nervöse Crew hat. Ja. Also, das ist so, dieser Stil erinnert halt super an Alien, ähm, oder an die ersten Star-Wars-Filme. Ja, von den Charakteren so, dass du halt, weil Alien besticht ja dadurch, dass du da keine Experten hast, sondern Arbeiterjungs. Genau, und das hast du da ja auch. Die so beim Essen rauchen und einfach schwitzen und stinken und da ist das genauso. Die arbeiten halt für ihren Shit. Alle, also auch in Pitch Black ja schon, da sieht man dann ja, ähm, ich sag mal, außerhalb von Kopfgeldjägern Leute, ähm, die sind alle so. Außer Imam vielleicht, der sieht immer aus wie einer Eins, aber ansonsten sind die alle, ja, der hat ja immer diese geilen, so priesterartigen, äh, muslimischen Gewänder an, so, der sieht irgendwie cool aus. Ja. Aber, so, der Rest ist halt immer irgendwie verschwitzt. Die haben immer nur Tanktops an, weil T-Shirts gibt's da nicht. Und, also, die sehen irgendwie einfach alle cool aus. Auch dieser Anführer, ähm, auf Crematoria, dieser, äh, von den Gefangenen, der auch. Heißt der Ivan? Nee, Quatsch, Ivan ist der andere, der mit der Nase für was Schlimmes, ja. Ja, ja, der ist ja einer von den Wächtern, ähm, weißt du, der dann noch die Rede hält, bist du Insasse oder bist du Gefangenen? Ach der, ja, ja. Ähm, der hat ja so einen, so einen, so einen geilen, Mad Max-artigen, zerlumpten Umhang an, ja. Zerlumpten Umhang, also nicht Fury Road Mad Max und nicht Donnerkuppel Mad Max, sondern die ersten beiden, so, so ein bisschen postapokalyptisch zusammengenähten Mantel an, unrasiert, verschwitzt, die Haare sitzen nicht und so, sieht einfach super cool aus, der Typ. So, den willst du in deinem Deck haben. Ja, und halt auch so die ganzen Klamotten und alles, also auch so, so, ähm, wie kann man sagen, fast schon mittelalterliche Züge, dass Klamotten offensichtlich halt auch wirklich wichtig sind, weil was du halt hast, behältst du halt auch irgendwie, sei es deine Rüstung, sei es was auch immer, also es ist so eine richtige Borderlands-mäßige Second-Hand-Galaxie halt auch mal wieder, ne, also was du halt kriegst, behältst du und daraus machst du dir dein Zeug dann. Ja, genau, wenn jemanden killst, musst du gucken, ob die Stiefel passen. Ja, ganz genau. Das ist schon, das ist schon cool, also ich mag ja generell, oder wir beide mögen, ja generell, ähm, so Geschichten, in denen Kleidung einen Wert hat, also, ey, sorry, du brauchst den Mantel, den hast du nicht, weil er schön ist oder weil du die Wahl zwischen Daunenjacke und Mantel hattest, wenn's kalt ist, so, nee, du hast diesen Mantel und wenn nicht, verreckst du. Und das blutet dieser, das schwitzt dieser Film halt die ganze Zeit und gerade eben auf Crematoria. Einer der Gründe auch, warum ich zum Beispiel The Book of Eli mag, der bedient das auch vollend, halt einfach, dass die Sachen, die gefunden werden, zu 100% genutzt werden, spricht den inneren Grün in mir irgendwie an. Ja, ja, ein bisschen schon, ne? Und du hast ja dann auf der anderen Seite, so viel zum Thema, das Worldbuilding ist geil, hast du halt eben diese, diese Necromonga in ihren krassen, ja, Hederinge-artigen Rüstungen, ähm, weißt du, diese, diese, diese schwarzen, designten Rüstungen, das ist nicht Hederinge, an was denk ich gerade? An Witcher, denk ich. An die, an die, ähm, äh, Nilfgaarder. Diese Nilf, also heute, aus heutiger Sicht, diese Nilfgaardigen Rüstungen, ist ja natürlich eigentlich umgekehrt in der Filmhistorie. Ganz vorsichtig sein, dass wir nicht versehentlich Nilfgaardigen sein. Nilfgaardigen. Oh Gott. Oh Gott. Das klingt, es wird so ein Land auf der 80er-Jahre-Party gehen. Wir sind hier, wir sind hier, um deine Mutter zu holen. Ins Grab, na, nee. Eieiei. Ganz dünnes Eis. Und, ähm, so, ne, und die laufen dann in diesen geilen, schicken und auch nicht dreckigen Rüstungen rum, die haben schwarze Mäntel hier, dieser Purifier, der witzigerweise in Batman Begins, äh, Thomas Wayne spielt. Aber die Purifier, der halt auch aussieht wie so ein 1A-SS-Kommandant. Ja, so eine Mischung aus Priester und SS-Kommandant, so, ne, der sieht schon cool aus. Ja. Und, ähm, dann die Elemental, also Judi Dench mit diesen, also erstmal ist der Effekt ganz geil, mit diesem flimmernden Durchsichtigsein, aber die hat ja so eine geile Robe, so ein flatterndes Kleid und so. Alles ist super edel und leicht bei ihr. Dann hast du diese, diese Dame Varko in diesen mega engen, so reptilartigen Klamotten, die sie trägt. Die sieht ja wirklich aus wie so, wie so eine Schlange irgendwie, was ja Charakter-Trope ist im Prinzip. Diesen Korsetts und dann halt auch so, dass die sich nicht die Augen schminkt, sondern wie mit so einem gefühlten Make-up-Lötkolben, die die Haare wegbrennt, also die, äh, die Wimpern wegbrennt, weswegen die Augen halt schwarz sind. Das sieht super cool aus. Da sind schon ein paar geile Sachen dabei, wo du echt da sagst, boah, eigentlich will ich diese Welt kennenlernen, die ist eigentlich irgendwie, ist die interessant, die ist irgendwie cool. Umso beschissener, dass wir sie einfach in Teil 3 nicht kennenlernen, weil die schon wieder auf irgend so einem verschwitzten Planeten rumhängen. Ja, und Riddick halt auch, um gleich mal den Übergang ins nächste Thema zu finden, Riddick halt auch als so Anti-Held-Charakter, der aber auch trotzdem noch überrascht werden kann von dem, was ihm da präsentiert wird. Weil als er das erste Mal auf die Nekromonga trifft mit ihren riesen Raumschiffen, wenn die da kommen und diesem halben Tempel-artigen Schiff, was die da haben, es ist alles riesengroß und supergeil. Die fliegen Ballast. Und dann fliegen da die Raumschiffe raus zu Hunderten und Tausenden und er halt wirklich erstmal seine Brille abnehmen muss und sagt, Alter, okay, ich habe ja schon viel Scheiße gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ja, da gibt es ja diese Einstellung, wo diese Schiffe, diese, wie nennt sich das, Eroberungsschiffe, die Drohnen, ja, die, das sind ja so, nee, ich rede von den Mutterschiffen da, die haben ja so, ach, wie nennen die sich, scheiße, da gibt es doch einen Namen für, nee, das meine ich nicht, sondern Eroberungsschiffe, dafür gibt es einen Begriff, Mutterschiffe? Nee, ist einfach ein anderes Wort für Eroberung, Conqueror? Äh, Sternzerstörer? Ach, wie auch immer, die Eroberungsschiffe. Das sind ja so, das sind praktisch Statuen, das sind ja so ganz lange zogene mit einer zulaufenden Spitze auch, die bei der Landung ja auch sich so in den Boden rammen und dann wie so eine Statue dastehen. Und von da aus gehen dann Tausende von diesen kleinen, wahrscheinlich Drohnenschiffen, ab. Und das guckt der sich halt an, völlig entgeistert, nimmt die Brille runter und dann siehst du das aus seiner geilen Superaugensicht, so einem violetten Geflimmer da irgendwie. Bisschen cheesy, halt 2000er, aber es sieht schon geil aus. Und das ist ein geiler Effekt, um nicht nur uns zu überraschen, sondern uns noch zusätzlich dazu überraschen, dass der Hauptcharakter noch überrascht werden kann. Weil bei Pitch Black wirkte der die ganze Zeit nicht überrascht, auch wenn die Viecher für ihn neu waren. Ja. Aber das interessiert den ja überhaupt nicht so, ne? Nee, da ist er irgendwie... Das ist nur ein weiteres Problem, das es zu lösen gilt. Genau, da ist er halt Herr der Elemente. Ja, aber kommen wir mal zum Thema Antihelden. Richtig gut. Wir lesen Antihelden, diesen Begriff lesen wir andauernd. So, ne? Jeder Furz ist mittlerweile ein Antiheld. Ähm, was ist das überhaupt? Jeder Furz ist mittlerweile ein Antiheld? Ja, also ich meine, jeder Charakter irgendwie. Hey Richard, du hast dir ein Mittagessen gemacht, hier ist mein Antiheld dagegen. Mein Antiheld gegen dein Parfum. Furze, die Antihelden, der Parfum hat. Ja, finde ich super. So, ähm, was ist überhaupt ein Antiheld? Ganz grob gesagt ist der Antiheld die Gegenthese zum Helden. Hierbei aber super wichtig, das Präfix Anti, also diese Vorsilbe Anti, ähm, steht nicht im Kontrast zum Wort Helden, also das bezieht sich nicht auf Held. Also es ist nicht der Gegenheld, das ist er nicht. Genau, genau. Und er ist auch nicht der umgedrehte Held oder irgendwie sowas, sondern, ähm, das Anti bezieht sich auf die typischen heroischen Eigenschaften. Der klassische Held hat ja Eigenschaften, die in dem gesellschaftlichen und moralischen Kontext seiner Geschichte herausragend sind. Ja, am krassesten Beispiel natürlich hier Captain America und Superman, so, ne, die wandelnden Moralapostel. Das sind einfach Leute, so will man sein. Mhm. Und der Antiheld ist im Prinzip, so bin ich. Aber ich muss jetzt zum Helden werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss mit den falschen Dingen das Richtige tun. Ne, 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 nicht das. Also, ein Antiheld muss sich nicht der falschen Dinge bedienen. Ein Antiheld ist zum Beispiel auch fucking Seth Rogen in Ananas Express. Er ist halt keine moralisch oder gesellschaftlich einwandfreie Figur, so wie man gerne sein möchte, sondern der ist halt so wie du, oder ich, bekiffter Fettsack vorm Fernseher, so, ne, der jetzt aber halt Heldenleistungen von sich geben muss. Okay. Ähm, das ist im Prinzip ein Antiheld. Und die Idee des Antihelden, die ist relativ alt, also es gibt schon sehr, sehr lange. Ein klassisches Beispiel ist eben Don Quichrott. So, ne, der ist ja der Held der Geschichte, wenn du so willst. Das hat aber nichts mit den gesellschaftlichen oder moralischen Standards seiner Zeit zu tun, weil er einen an einem Meiser hat in dem Fall. Ähm, aber halt, ne, er ist nicht das, was eigentlich ein Held ist. Du willst nicht sein wie der. Du willst im Endeffekt das schaffen, was er schafft, aber du willst nicht so sein wie er. Oder du bist schon so wie er im Zweifel, ne, weil du auch gegen Windmühlen kämpfst. Jeden Tag zur Arbeit gehen, zum Beispiel. Und, ne, also, im Prinzip kannst du... Das Beispiel ist aber aus der Luft gegriffen jetzt, Tobi. Ja, ja, ja. Ähm, ne, ich glaub, am greifbarsten kriegt man's damit. Ein Held ist Superman, ein Antiheld ist Batman. So, ne, Batman bedient sich auch seltenst böser Taktiken. Sondern er ist halt einfach nicht konform. Ja, er ist halt nicht das scheinende, gleißende Beispiel, sondern so wie der willst du halt nicht sein. Er ist halt das Original, so, ne? Ja, und vor allem, ähm, er ist... Und er kann nur das verstehen. Er ist halt nicht den, den verdienen, aber den, den wir brauchen. Ja. So, ne? Und... Kannst du mal sehen, wie das verwaschen wurde mittlerweile, weil Deadpool ja auch immer so als Antiheld betitelt wird? Ist theoretisch auch nicht falsch. Ist theoretisch auch nicht falsch, ja. Ja, aber deswegen kam ich halt auch auf dieses, ähm, die falschen Dinge tun, um damit das Richtige zu erreichen. Weil Deadpool macht in diesem Sinne eigentlich auch in dem, was er so tut. Er macht das Falsche, erreicht damit aber das Richtige. Ja, aber das hat theoretisch nichts mit dem Antihelden zu tun. Das kann auch, wenn Superman, keine Ahnung, zu Hause sitzt, seinen DVD-Player repariert, dadurch einen Stromausfall auslöst, der verhindert, dass irgend so ein IMP gezündet wird, weswegen ein Atomkraftwerk in die Luft fliegen würde, dann hat er was völlig Egales gemacht, damit was Gutes bewirkt. Das lässt ihn trotzdem Held sein. Also, weil der Typ moralisch einwandfrei ist. Ich hab da jetzt mal so ein paar Punkte mitgebracht, die man so abarbeiten kann, wenn man will. So Sachen, an denen man einen Antihelden erkennt. Das ist erstens die Isolierung und Einsamkeit, dieses Außenseiter-Dasein. Haben wir bei Griddick halt volle Pulle. So, ne? Haben wir aber zum Beispiel auch bei Batman. Das haben wir sogar bei Deadpool. So, ne? Er ist halt ein Außenseiter. Passivität und Langeweile im Gegensatz zum aktiven Eingreifen oder Handeln. Passivität haben wir bei Griddick eben auch. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, der interessiert sich einen Scheiß für die Necromonger. Der will nur von denen in Ruhe gelassen werden. Er sagt ja auch dem Imam, wenn er ihn darum bittet, ihnen zu helfen, ist nicht mein Kampf. Genau. So, nehm an. Genau, diese Attitüde ist nicht mein Kampf. Das ist so ein typischer Anti-Helden-Trope. Die kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft spielt da natürlich ein bisschen mit. Haben wir hier bei Griddick logischerweise auch. Nicht nur, weil ihm das nicht interessiert, sondern der ist da ja auch, also der passt da ja auch nicht rein. So, stell dir den mal als Konformisten vor, die Mikros ja nun mal sind. Klappt ja überhaupt nicht. Melancholie und Resignation. Im Prinzip darauf bezogen, dass er sich seiner Situation bewusst ist und daran seelisch nicht erstarkt, sondern dem er liegt. Sehe ich jetzt bei Reel nicht so, aber dafür wissen wir auch zu wenig über ihn. Weiß ich nicht, ob der resigniert oder... Ja, resigniert, er sucht halt das Exil halt sehr. Also er resigniert. Er sagt ja auch, jetzt komme ich wieder in diese Welt mit ihrer Helligkeit und allem, was ich hasse. Ja, stimmt. Also der hat auch mit Menschen oder mit allen anderen auch schon ziemlich abgeschlossen. So, der will seine Ruhe haben. Ja, stimmt. Das hat was Resignierendes, ja. Und stetiges Scheitern und Verlieren, welches sich etwa in einer nicht möglichen Verwirklichung von Träumen oder Idealen zeigt. So geht der Film Reddick los. Die Nummer mit Kira hat nicht geklappt, beziehungsweise Jack zu dem Zeitpunkt. Ey, und wir wissen nicht, ob er mal ein 1a Bäcker werden wollte, hat aber nicht hingehauen, weil Arbeitszeiten waren beschissen und er ist lieber Muckibude gegangen. Ja, Alter, der ist in einer Mülltonne mit seiner eigenen Nabelschnur im Hals wach geworden, wie auch immer er sich daran erinnern kann. Aber das kann er ja laut Pitch Black. Das ist den großen historischen Vin Diesel-Akten hinterlegt. Er kann sich an seine Geburt erinnern, als er sich aus dem Körper raus prügelte. Genau, deswegen trägt Vin Diesel auch immer nur Tanktops, weil lass den mal einen Pullover anziehen, Alter, da hat der posttraumatische Erlebnisse. Ja, und das ist tatsächlich im Prinzip die Zusammenfassung des Begriffs Anti-Held. Da gibt es da draußen natürlich eine Million kluger Bücher von noch viel klügeren Menschen, die da viel zu komplizierte Texte drüber geschrieben haben, die aber geil sind. Ich mag sowas ja total gerne. Aber das ist so die Quintessenz dessen. Also er ist nicht der Gegenheld, sondern er ist der, der nicht reinpasst, das jetzt aber trotzdem macht. Na, der Gegenheld, ja stimmt. Eigentlich auch mal ganz interessant, das ist halt nicht so, weil ein Gegenheld, jemand der genau das andere tut, zum Schlechten halt hin, das ist halt der Antagonist. Genau, und Anti-Helden können auch, also laut diesen ganzen Theorien da draußen, also laut diesen ganzen Dramaturgie-Theorien, diese ganzen Bücher, die ich meine, da sind sie sich alle relativ einig, dass ein Anti-Held der Protagonist sein kann oder eine Nebenfigur, aber nicht der Antagonist. Weil das ergibt ja keinen Sinn. So, der Antagonist ist selbstverständlich gegen irgendwas und er ist selbstverständlich nicht moralisch einwandfrei, sonst wäre er nicht der Antagonist. Du hast aber halt auch diese geilen Grauzonen, wie zum Beispiel beim ersten Black-Panther-Film mit Kilmonga, der eigentlich sehr noble Ziele hat und eigentlich nur Wakanda einen eigenen Spiegel vorhalten möchte und der Gesellschaft, dass sie im Prinzip, also dass sein Volk ausgebeutet wird und gleichzeitig geht er nach Wakanda um den zu sagen, Leute, wenn ihr das hier irgendwie teilen würdet, dann hätten wir irgendwie alle was davon, also ihr seid beschissen. Und das ist halt so, das ist ein Grauzonen, das ist ein Grauzonen-Antagonist, da muss man auch vorsichtig sein mit denen. Aber die sind extrem schwer zu schreiben, aber auch sehr interessant. Also, dass es war, macht ihn ja aber nicht zu einem Anti-Helden. Nee. Zum einen, weil er, also im Gegenteil, der mischt sich ja voll ein, also das fällt schon mal raus. Und er geht für sein Ziel dann halt auch über Leichen. Genau. Ja. Also, ich meine, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, in dem Honest Trailer zu Black Panther, so bla bla bla, zählt er auf, was du gerade aufgezählt hast zum Thema, wie heißt der, Killmonger? Killmonger. Zum Thema Killmonger. Und dann, oh no, oder jetzt auf Deutsch, so, oh nein, lass ihn schnell an eine alte Lady wirken, damit ich weiß, dass er der Böse ist und dann macht er das. Das macht er ja in diesem komischen Tempel, wo er diese Blumen gibt. Lass ihn schnell an eine alte Lady wirken. Ja, ja. Und das passiert ja, ne? Also, naja. Ey, unter Disney wäre sowas gar nicht mehr möglich, ne? Könnte ja Zielgruppe sein. Bloß niemanden auf die Füße treten. Ja, aber das ist ja Disney, Black Panther. Nee, Black Panther, der Erste, das ist noch Marvel. Nee, nee. Doch, 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 doch. Nee, nee, hör mal. Doch, ich glaube, das ist noch Marvel. Ist egal. Ist wirklich egal. Liebe Leute, wenn ihr das hört, sucht's mal raus, schreibt uns mal. Sag mal Bescheid, ob das schon Disney war. Jetzt Tobi und ich aus unseren Rüben wissen das nicht aus dem Kopf. Also, ich glaube, das schon zu wissen. Ja, ja, Alter. Das ist genau die Attitüde, mit der du in diesem Podcast gelandet bist. Generell, oder? Ja. Ich glaube, das schon zu wissen. Tobi, wir unterhalten uns über die Differenz zu Mann und Frau und den Busenfilm. Oh, ich glaube, da weiß ich was zu. Alter, das ist doch eine schöne Überleitung zu meinem Versuch, ein Science-Fiction, wie ich immer sage, ein Science-Fact zu machen. Ich bin so weit weg von Wissenschaft, für mich ist das immer alles Fiction. Ich finde das auch immer krass, wo Fred dann auch immer in den Folgen, wie er in den Folgen dann halt auch immer sein, weil Fred hat da ein sehr krasses Special Interest, der noch immer wieder irgendwie einfließen kann. Weil Tobi und ich wollen immer nur über Filme reden. Genau, wir wollen nur über Filme reden. Fred kommt ja plötzlich mit ganz anderen Sachen, man sitzt selber dann in der Aufnahme und denkt sich, boah, geil. Junge, Junge. Und zwar, uns wird ja gesagt, dass es auf Crematoria tagsüber 800 Grad und nachts minus 300 Grad sind. Manche Leute werden jetzt schon kribbelig, minus 300 Grad, Moment, der absolute Nullpunkt liegt doch bei 273,15 Grad. Also der Punkt, wo praktisch alles stehen bleibt. Null Grad Fahrenheit, ja. Genau, also wie soll man da runterkommen? Geilerweise, und jetzt kommt nämlich der Part, den ich null begriffen habe, aber ich stelle ihn euch trotzdem so weit vor, wie ich es nachvollziehen konnte. Forschern der Ludwig-Maximilian-Universität in München und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching. Wer kennt sie nicht? Ich habe ein Zeitungsabo von denen. Denen ist es gelungen, die niedrigste Temperatur, den absoluten Nullpunkt von 273,15 Grad Celsius zu unterbieten. Die sind kälter geworden. Und zwar nur um ein paar Milliardstel Kelvin, aber immerhin. So, wie geht das? Weil, was soll ja kälter sein als Null? So, da steckt jetzt was physikalisches hinter, aber ist ja egal. Also hinter dieser Null, die ich meine. Und das ist eine super komplexe Nummer, die ich wirklich nicht verstehe und mir auch nicht vorstellen kann. Das funktioniert nämlich im Prinzip wie folgt. Nehmen wir mal Wassermoleküle oder Wasser, was du erhitzt. Was dann ja passiert ist, die Wassermoleküle werden schneller. Die begeben sich in Bewegung, Energie und so weiter. So, wenn du die runterkühlst, werden sie langsamer. So, bis die irgendwann stehen und dann bist du halt bei Null. Bei diesem Vorgang des Erhitzens werden die aber nicht alle gleich schnell. Es gibt welche, die bleiben langsam oder werden nur ein bisschen schneller. Und es gibt welche, die werden deutlich schneller. Und die machen praktisch diesen Temperatur dann Unterschied messbar. Das Ding, also dieser Faktor nennt sich die Bolzmann-Verteilung. Also die Verteilung zwischen energiereichen und energieweniger reichen Teilchen innerhalb eines Temperaturwechsels, sag ich mal. Und was die gemacht haben, ist diese Bolzmann-Verteilung umzukehren. Also dass bei einer Erhitzung mehr schnell werden und weniger langsam bleiben. Soweit erstmal so nachvollziehbar. Und jetzt wird's weird. Dabei entsteht eine negative Temperatur, die nicht kalt ist, sondern wahnsinnig heiß, aber unter dem Nullpunkt liegt. Und da bin ich dann ausgestiegen. Das hab ich beim besten Willen nicht begriffen. Und da tat dem kleinen Tobi der Knubbel am Ende seiner Wirbelsäule weh, den er als Gehirn bezahlt hat. Ja, ey, das war wirklich übel. Weil ich hab mir da ein paar Artikel drüber gelesen, äh, drüber gelesen, ein paar Artikel zu durchgelesen. Und bei der Standard-AT, diese österreichische Zeitung. Die Bild-Zeitung? Ja, ja, aber Linke. Und die haben eine Kommentarfunktion unter einem Artikel gehabt, wo sie davon gesprochen haben. Und die Leute da drunter sind auch komplett ausgerastet. Und alle so, ja, kann man das jetzt sagen, wenn mein Konto leer ist und immer leerer wird, dann ist es irgendwann wieder voll. Und dann hast du immer so Antworten von Leuten, die scheinbar richtig Ahnung von Physik haben. So, nee, nee, pass auf. Erklärungsversuch, reilt keiner. Erklärungsversuch, reilt keiner. Lies dir mal den Artikel durch. Da ist es deutlicher beschrieben. Ich leide mal auf die Artikel. Ich hab's nicht verstanden. Aber scheinbar ist es diesen Leuten gelungen, so heiß zu werden, dass es wieder kalt wurde. Oder so kalt, dass es wieder heiß wurde. Negative Temperatur. Komplett weird. Okay. Wow. Also, es ist scheinbar über diese Atomwolke, die sie da gebaut haben, theoretisch möglich unter, nee, praktisch ja sogar, die haben's ja geschafft, praktisch unter den Nullpunkt zu kommen. Also, vielleicht herrscht in Crematoria der weirdeste Kram, dass die wirklich bis minus 300 Grad hochgehen. Aber eigentlich muss es dann heiß sein. Mhm. 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 Du machst du was leichterem an der Front. Boah, ey. Das ist echt, das ist komplett weird. Dieser Film, weißt du, das hat irgendein Drehbuchauter, der hat das irgendwann einfach mal hingerotzt, hat gesagt, so, tagsüber sind 700 Grad, abends minus 300 Grad. Wenn ein Physiker halt so eine Spaßbremse dann daneben steht, das geht ja mal gar nicht. Da geht das, also. Und dann hast du noch einen krasseren Physiker, der daneben steht, naja, Forschern von der Universität. Genau, und die beiden schreiten sich dann und der schreibt sein Drehbuch weiter und Winn-Diesel kauft hat. Super. So funktioniert Hollywood. Also, der Unterschied zwischen 700 Grad und 300 Grad, der ist natürlich extrem. Ich hab mal rausgesucht, was auf der Erde so der krasseste Temperaturunterschied ist, den man so gemessen hat in der Geschichte der Temperaturmessung auf der Erde. Ah, jetzt kommt's. Und das ist ein Ort namens, ich spreche es 100 pro falsch aus, Vershojangsk in Russland, in der Region Sacha oder Sacha oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, so im Osten Russlands, witzigerweise nicht mehr im Norden, sondern so einfach mitten im Osten Russlands. Und da hat man den stärksten Unterschied gemessen und zwar von 105,1 Grad Unterschied. Die höchste je gemessene Temperatur vor Ort waren 37,3 Grad und die niedrigste minus 67,8. Das ist halt schon extrem, ist natürlich jetzt nicht so krass wie auf Crematoria, aber schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, dass die Erde ja in einer wahnsinnig habletablen Zone unterwegs ist und säßen wir jetzt ja hier nicht. Und da ist es jetzt halt nicht begründet, weil dieser Teil Asiens wie so ein Böppel nach oben guckt und deswegen näher an der Sonne ist oder so ein Blödsinn, sondern weil dieser Teil da in Zentral- und Nordasien einfach eine gigantische Landmasse ist. Also das ist da überall, wenn du dir die Top Ten der größten Temperaturunterschiede auf der Erde anguckst, das ist alles da. Also auch so Ulaanbaatar in der Mongolei und so gehört da auch zu und so. Das ist so ein Gebiet, da kannst du dich einfach nicht richtig anziehen. Ich meine halt auch, ich meine gut, Temperatur kommt ja halt nicht nur dadurch, dass die Temperatur dann da fällt und Co., sondern mit dafür verantwortlich sind ja dann halt auch Wetterströme und Winde und Co., die da halt mit, und Luftmassen, die sich dort halt über diese Gebiete längerfristig dann halt auch rüber bewegen. Und weil es da lange dunkel ist halt auch, dass es dort halt auch so kalt werden kann. Aber ja, es ist trotzdem immer noch total erstaunlich, dass wir Gebiete auf diesem Planeten haben, wo solche krasse Temperaturstürze einfach möglich sind. Ja, 105 Grad. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass Galileo auch relativ häufig dort war, die dann halt auch mal so Experimente gemacht haben, wie Leute, die dort im Zelt draußen übernachtet haben und so mal wirklich quasi Überlebenstraining so ein bisschen am Objekt dann durchzuführen, mehr oder weniger. Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, weil was ich richtig ätzend fand, bei solchen Temperaturen gefriert ja Schnee doppelt und dreifach, irgendwie gefühlt. Und jedes Mal, wenn die dort gelaufen sind, über die Schneemassen dort gelaufen sind, klang das immer jedes Mal, als würden die auf Styropor laufen. Styropor. Styropor, danke. Ja, wir haben beide Wortfindungsschwierigkeiten. Die Stadt heißt übrigens auch Ulaanbaatar, nicht Ulaanbaatar. Das klingt eher wie eine Figur aus einem Michael Bay-Film. Ich bin der Ulaanbaatar. Ich habe das Underworth gesehen. Das Overworth. Das Overworth. Das Underworth, Alter, ey. Wir müssen dazu mal sagen, die Folge ist doch nur entstanden, als wir Black Adam gesehen haben und noch gescherzt haben. Hä, was ist denn, wenn Fred jetzt morgen sein Kind bekäme? Und dann irgendwie, weiß ich nicht, durch blöde Leinen sind wir dann auf Riddick gekommen und meinten so, ja, Black Adam ist auch nur so stark, weil er hat das Underworth gesehen. Und dann ist schon mal irgendwie ein Gag geboren. Und als es dann wirklich am nächsten Tag kam, ey, Fred hat sein Kind. Ja, ist klar, komm, lass mal über Riddick reden. So, die große Frage, die sich jetzt hier stellt, kann man aus dem Film denn irgendwas rausinterpretieren? Und wenn ja, was? Aus Riddick? Aus Riddick. Aus Riddick? Was kann man aus Riddick rausinterpretieren? Das ist jetzt nicht American Beauty oder so, ne? Da geht's nicht um den großen Konflikt oder so. Das ist American Muscle. American Baldness and Muscle. Wie, äh, ähm, äh, Fight Club jetzt sagen würde, das ist kein Film, wir haben keine Figur mit einer großen Depression. Unser Krieg ist ein spiritueller. Riddick's Krieg ist auch ein spiritueller, dahingehend, dass er halt einfach Leuten auf die Fresse haut und versucht, aus Gefängnissen rauszubrechen. Keine Ahnung, was man da halt irgendwie rauslesen könnte. Das wäre vielleicht, äh, was man noch machen könnte, dass, wenn die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinandergegangen ist, dann bilden sich Subkulturen unter den Armen wie, äh, die Ratten auf einem Schiff, dass sie sich anfangen gegenseitig zu zerfleischen. Bam! Du meinst nur diese ganze Merkskultur? Ja. Dass sie sich gegenseitig in die Pfanne hauen, um Geld zu verdienen? Dass der Mensch sich selber anfängt zu jagen, um im Prinzip eigentlich zu überleben. Die Idee ist gar nicht so schlecht, ne, dass du, ähm, also wenn man sich jetzt diese Merk und Gefängniskultur anschaust, das ist ja eben dieser Teil der Secondhand-Galaxie oder dieser Teil der Geschichte, der so Secondhand-Galaxie-mäßig ist, ja, die jagen sich untereinander. Auf der einen Seite, da geht's ums nackte Überleben, es geht um, passen mir deine Schuhe, wenn ich dich erschossen habe oder nicht. Und auf der anderen Seite hast du diese, ja, also wir haben hier so ein Glauben, ne, das Underworlds, ja, ähm, also die haben völlig andere Probleme. Weißt du, dass dieses Universum, jetzt wo wir gerade so darüber reden, sehr amerikanisch ist, wir haben eine Glaubensgemeinschaft, die missionieren geht und wir haben kommerzialisiertes Gefängnissystem, das ist sehr wilder Westen, weil das kommt ja aus der Zeit, weil deswegen haben ja die Amerikaner auch so derbe Schwierigkeiten, ähm, ihre überfüllten Gefängnisse in den Griff zu kriegen, weil A, werden die subventioniert und die kriegen Geld dadurch und B, das kommt aus der ganzen Wild-West-Zeit, als noch hier lebend, äh, tot oder lebendig Steckzettel von Leuten aushingen und dann teilweise ein Kopfgeld von 50.000 Dollar ausgesetzt wird. Ich meine, Riddick hat ein Kopfgeld von 1,5 Millionen Credits oder Daktaris oder... 1,5. Wom vorhäuten, keine Ahnung. Welcher Knast zahlt 1,5? Ganz genau und das ist halt auch, das ist so privates Knastgewerbe halt, ne? Ja, ähm, zu der Nummer mit der, in den USA. Mir ist heute Mittag, also, einfach so beim Riddick 3 gucken und als ich darüber nachdachte, wie dämlich der Film ist. Da hat der Kopf so richtig Freizeit machen, da kann er mal so richtig rumschwirren. Wirklich. Ich hatte auch heute Ideen, ich war kurz davor, Illuminiparty weiterzuschreiben. Da hatte ich eine Idee für eine Interpretationsmöglichkeit von Chroniken des Kriegers, äh, eines Kriegers. Und zwar, wir haben ja hier, ähm, einen Kampf zwischen gleichgeschalteten Bösen und den freiheitsliebenden Riddick und seinen Leuten. So. Das gleichgeschaltete Böse, da braucht man kein Filmtheoretiker oder Dramaturg für sein, um das mit den, äh, Kommunisten zu vergleichen. Das hatten wir ja schon tausendmal, diese, diese Angst vor den Kommunisten. Aber wer ist denn jetzt hier der Held? Er ist ja nicht der große Freiheitskämpfer. Es wird immer und immer wieder betont, dass er ein Verbrecher ist, dass er ein Mörder ist. Das sagt er ja selber auch, so, ne? In Teil 3 sagt er auch so, kannst du mit so einem Ding, äh, kannst du so ein Ding überhaupt fahren? Ich werde, ich werde es fahren, als hätte ich es gestohlen. Ja, der Satz ist mega dämlich. Was? Aber, ja, ja, der holt sich halt voll einen drauf runter, der Böse zu sein. Und. Boah, den neuen Riddick hätte ich nicht gebraucht. Nee, den hätte ich nicht gebraucht. Der ist so blöd, leider. Und ich habe mich so geärgert, Alter, ey, weil ich wollte ihn sehen und da war der doof. Ja. Das Ding jetzt hier ist, wir sehen das aber aus der Perspektive von Riddick. Und uns wird ganz klar gemacht, er ist schon der Gute. Weil, ja, tötet er. Er tötet ganz viel. Richtig viel. Und er tötet vor allem irgendwelche Kommunisten-Nazis und irgendwelche Andersgläubigen und irgendwelche ne? Totalitären System. Und die, die sich nicht an die Regeln halten im Knast, die tötet er nämlich auch. Und die, die, du weißt schon, auf anderen Planeten andere Glaubensrichtungen haben, die tötet er auch. Ach so. Und das ist völlig okay. Und wenn die anderen Leute von anderen Planeten, diese Mercs zum Beispiel, meinen, dass sie ihn dafür jetzt festhalten müssen, dann sind die Bestraftwerfer auch völlig überzogen. Gut, er hat jetzt vielleicht 400 Leute umgebracht. Aber, wenn man dafür in den Knast zu gehen ohne Tageslicht, also, er ist ja völlig überzogen. Dafür in den Knast zu gehen ohne Tageslicht, ey, wenn ich Brot und Wasser jetzt gibt, dann höre ich aber auf. Ja, oh, so, ne? Und, hey, am Ende wird der Mörder ja hier zum rechtmäßigen Herrscher, aber halt wieder Willen. So, der wollte ja gar nicht die Geschicke des Universums, schrägstrich der Erde, schrägstrich des Nahen Ostens lenken. Aber, aber er musste ja. Ach so. Ach so, ne? Also, er ist ja nicht mit Absicht, als, als, er tötet... Amerika, Weltpolizei, schlimme Dinge sind passiert und nur deswegen sind wir im Mittleren Osten eingefallen. Also, Leute, das müsst ihr jetzt mal verstehen, ne? Ja, ich fand das eigentlich, also, ein bisschen krass, also, wenn man das jetzt drauflegt, dann ist der Film an der Stelle ein bisschen krass, dass er wirkt wie so eine Rechtfertigung. Ey, wir sind keine Verbrecher, wir töten immer nur die Richtigen. Ja gut, aber ein Zeitgeist ist halt auch ein Phänomen, was... Kurz nach 9-11, ne? Ja, ein Zeitgeist, sag ich ja, ist ein Phänomen, was aus so einem Kollektivverständnis von einer Kultur oder von einem Land halt herrührt dann, ne? Genau, ja. So ist das jetzt da, weil das und das ist passiert. Ja. Hm, ja, ja, okay, würde ich mir gefallen lassen, aber... Hing ein bisschen, aber... Gleichzeitig, gleichzeitig halt auch, wie gesagt, mit dieser Privatisierungskritik dann noch dahinter, also, dass die Leute sich halt auch wirklich in... Weil Amerika ist ja auch immer nicht, es gibt ja nicht die Welt, es gibt ja immer nur Amerika, ist ja die Welt. Und das ist alles immer so groß und weit und schön und wenn du dich als Individuum dort versuchst halt durchzuschlagen, hat auch so ein bisschen American Way of Life, ne? Er hält halt nicht die Hand auf und lässt sich halt irgendwie, ne? Wie die Necromonga, so, gib deine Persönlichkeit ab und du kannst Teil von was Coolem sein hier, ne? Grüße an Scientology. Ähm, äh, sondern er ist so... Er macht halt so sein eigenes Ding halt, ne? Und wenn Tellerwaschen zufällig nur... Born to be white. Ja, wenn Tellerwaschen jetzt noch Geld, interstellares Tellerwaschen jetzt noch Geld geben würde, dann würde der den amerikanischen Traum leben, aber auf Helium Prime, ne? Total, total. Und das Geile ist, er hat Kira davon überzeugt, dass sein Way of Life, ne? Seine Augen, die er mit Mentholkippen bezahlt hat. Mit 20 Mentholkippen, wie wertvoll sind die Dinger? Etwas sehr... Ey, wie gesagt, der Drehbuchautor oder der Regisseur ist der gleiche, dem wir Waterworld zu verdanken haben, wo alle die ganze Zeit Zigaretten rauchen und einer auf einem Boot geht voll ab, weil er Papier sieht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Alles klar. Woraus sind diese Zigaretten dann gemacht? Out? Ja. Augenlider? Obwohl, warte mal, ja, das könnte in der Welt tatsächlich sogar sein. Da brennt nicht so schön, Tobi. Wie willst du die noch dünner kriegen? In die trockenste halt. Gott weiß der nicht. Liebe Ärzte da draußen und Ärztinnen. Kann man Augenlider rauchen? Kann man Augenlider rauchen. Apropos, ne, ich hab tatsächlich noch einen Aufruf nach draußen. Äh, und zwar diese Nummer mit dieser negativen Temperatur-Atom-Wolke. Wenn irgendwer es schafft, einen Text zu schreiben, der mir erklärt, wie das funktioniert, bitte raus damit. Also, ich würd das voll gern verstehen, aber ich check's nicht. Das geht echt nicht in meinen Kopf rein. Jut, komm, mach mal den Degel drauf. Ich muss sagen, aufgrund deiner Erklärung weiß ich das jetzt auch nicht so richtig, aber ja. Das ist nicht meine Erklärung, ich hab die nur abgeschrieben. Ja, deswegen ja, die fand ich schwierig. Nee, aber ja, Riddick, Chronikin eines Kriegers, was soll man sagen, eine Perle, die umschlossen ist von einem Stück Scheiße, das sich Vin Diesel nennt. Ja, da war er ja noch cool. Ja, da war er ja damals noch cool. Aber auf jeden Fall ganz, ganz viel verschenktes Potenzial für eine Reihe, die ich nach wie vor glaube, echt cool hätte sein können. Ja. Und, tja, ey, komm, wir alle brauchen Guilty Pleasure. Ja, das ist definitiv Richard und mein großer Guilty Pleasure-Movie. Den, auf den wir uns auf jeden Fall einigen können. Ja, ja, voll. Das ist einer von den wenigen Guilty Pleasure-Movies, auf den wir uns beide einigen können und beide sagen so, ey, hast Bock den zu gucken? Ja, Mann! Auf jeden Fall, Alter. Der ist echt wie so ein Musikvideo, den kann ich den ganzen Tag gucken. So ein geiler Film. Gut, also, Richard, du hast das heilige Gerät schon. Ey, sorry, ich war am Wochenende um Junggesinn-Abschied mit nur Niederrheinern. Dieses Wadadgesinger, ich kriege das gerade nicht raus. Das tut mir echt leid, aber wird sich widerlegen in den nächsten Wochen. Ja, Leute, kommen wir feierlich zum fredlosen Hörer-Feedback. Wir lesen ausgewählte Mails, die ihr uns schreibt im Hörer-Feedback vor. Und ich habe zwei Stück mitgebracht. Eine sehr lange und eine schön kurze. Ich fange mal mit der kurzen an. In der kurzen liegt ja die Würze. Genau, und zwar von Christine. Hallo, liebe Kakis. Zum Marsianer muss ich euch in einer Sache zustimmen. Die Menschen lieben es zu helfen. Als meine Stadt letztes Jahr der Flut zum Opfer fiel, haben Menschen aus ganz Deutschland geholfen. Es mag vielleicht nicht der großen Problematik helfen, aber es hilft der Seele. Wir waren alle so gerührt, dass wir nicht vergessen wurden. Allein das hat uns geholfen, mit dem Trauma umzugehen. In diesem Sinne, alles Gute, Christine. Finde ich tatsächlich super wichtig, sowas auch mal zu sagen. Ja, natürlich, Stefan, wenn du jetzt da hingefahren bist und vier Steine weggeräumt hast, hast du das Problem nicht gelöst. Aber du hast die Leute unterstützt. Und das ist halt geil. Halt einfach mal da gewesen zu sein, Präsenz zu zeigen. Oder halt auch in unserem Fall Spendensammlungen zu machen. Ja, es ist halt nochmal schön, wenn du halt siehst, dass der Rückhalt aus einer, also so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja, dass du nicht alleine bist. Ja, genau. Dass wir als Deutsche dann halt auch, wenn so eine deutsche Tragödie passiert, halt auch alle irgendwie versuchen zusammenzuhalten, was das dann angeht. Ja, glaube ich auch, das kann Balsam für die Seele sein, dass du jetzt nicht da stehst, weil unser Verwaltungsapparat kann ziemlich einschüchtern. Ja, und vor allem, wenn man das Gefühl hat, was soll ich denn da jetzt helfen, ich mache da jetzt keinen Unterschied, doch im Zweifel schon. Egal, was du machst. Hauptsache, du machst was. Ja. Für einige, die das noch nicht verinnerlicht haben, schreibt euch das auch hinter die Ohren. Also nicht nur beim Menschen helfen, schreibt euch das auch mal für den Klimaschutz hinter die Ohren. So. Auch Kleinigkeiten. Die nächste Mail, die ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen länger, aber ich fand sie wahnsinnig interessant. Seid gegrüßt, liebe Kackis. Ich habe gerade eure sagenhaft guten Premium-Inhalte genossen und mir die letzte Folge Schrott und die Welt über Supermärkte angehört. Da ich in dem Thema beruflich voll im Thema stehe, kann ich etwas Licht ins dunkle Thema bringen und etwas klug scheißen, wie es sich für einen Kack-und-Sach-Fan gehört. All right. Also Tobi meint, sowohl in Fleischverpackungen als auch in den Fleischtheken wirkt ein Gas genutzt, das es rot aussehen lässt. Das stimmt nur so halb. In SB-Verpackungen wird eine sogenannte Schutzatmosphäre erzeugt. Das heißt aber nur, dass zum Großteil Stickstoff reingepumpt wird. Das ist jetzt auch ein Gas, ne? Anmerkung der Redaktion. Das sorgt lediglich dafür, dass das Fleisch nicht mit Sauerstoff reagiert und dadurch oxidiert. Das ist nämlich der Grund, warum das Fleisch grau aussieht. Okay, fair enough. An der Theke passiert das aber eben gar nicht. Hier wird einfach Fleisch, das grau wird, einfach verarbeitet zu etwas anderem oder sogar schlichtweg in den Müll geworfen, was eine schreckliche Verschwendung ist. Ja, Mann. Das ist echt furchtbar. Aber wie gesagt, dieses Ding mit den Lampen, das ist halt auch wirklich dieses... Komm mal zu. Ah, okay, gut. Kleiner Tipp, bei den guten Supermarktketten wird abends das Fleisch, das den Tag über nicht verkauft wurde, gesenkt verkauft, damit man nicht so viel wegwerfen muss. Ja, ich gehe nämlich auch immer super gerne kurz vor Ladenschussschluss nochmal irgendwie Fleisch oder irgendwas einkaufen, weil da gibt's, Alter, wirklich richtig ordentlich Rabatte, weil es ist super. Das mit dem unterschiedlichen Lichtfarben, was Richard erzählt, ist genau so. Aber anders als Fred es annimmt, ist das auch gerade bei Lidl so, weil das billige Fleisch dadurch deutlich besser aussieht. Fair enough. Zu guter Letzt noch eine kleine Verschwörung, von der ich euch mal aufkläre. Zurzeit sind viele Artikel nicht lieferbar, in Anführungszeichen. Durch den Krieg und der hohen Inflation sind einige Rohstoffe zwar teurer und zum kleinen Teil auch schwerer lieferbar, aber der Hauptgrund für die leeren Regale ist eine künstliche Verknappung der Industrie. Alle großen Ketten haben ja Eigenarten im Programm, wie K-Klassik, ja, gut und günstig etc. Diese Produkte sind nahezu immer Markenprodukte, die durch die Ketten günstig vermarktet werden. Gut, soweit so bekannt. Jetzt, wo alle Leute mehr sparen müssen und die Billigmarken deutlich bevorzugen, sind Unternehmen wie Nestle, Unilever und so weiter davon nicht begeistert und liefern deswegen nicht die Mengen wie üblich an Billigmarken aus, damit ihre teuren Produkte gekauft werden müssen. Das ist ein Scheiß-Vorgehen, aber diese Unternehmen haben noch deutlich verwerflichere Praktiken. Viele Grüße, Dean. Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich letztens auch irgendwo gelesen. Ich muss dazu sagen, das schockiert mich gerade, aber was soll man sagen, ne, Zitat, FDP, der Markt regelt. Der Markt regelt aber im Sinne für sich selber und meistens beschissen. Alter, das, ja klar. Ja, das ergibt halt auch, würde ich auch machen. Natürlich, ja natürlich, das macht rein wirtschaftlich gesehen, macht das voll Sinn, aber ja, es ist irgendwo schon, wenn die Leute eh schon alle einen Gürtel enger schnallen müssen, ist das schon irgendwie echt hart verwerflich. Ja, aber du musst auch mal bedenken, Helmut muss sein SUV halt auch voll tanken, ne? Ja, aber auf der anderen Seite, ich stelle dir mal vor, wenn wir das halt machen würden, wenn wir jetzt halt auch sagen, wir kurbeln aufgrund der Krise, kurbeln wir jetzt Free-Feed irgendwie nach hinten, gibt es nur noch eine Folge im Monat. Und dafür hauen wir aber noch eine Folge mehr, also wir veröffentlichen ja gerade im Premium-Feed, glaube ich, immer zwei, ne, auch vier, ne, auch wöchentlich, sagen, dafür hauen wir noch eine mehr halt irgendwie raus, damit die Leute ja auf den Premium-Feed halt irgendwie gehen. Also das kannst du so oder so halt immer stricken. Ich weiß, wir würden sowas nicht machen, weil da würde unsere Seele dran kaputt gehen. Aber wow, ja klar, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht so richtig, muss ich zu meiner Schande gerade gestehen, ey, aber wow. Also ich vertraue dem Dean jetzt auch einfach mal, weil das super logisch klingt und er sagt, er kommt aus der Welt. Ja, finde ich halt komplett verwerflich, ne? Ja. Er ist echt scheiße. Er ist wirklich scheiße, auch wenn es nachvollziehbar ist. So, schnappet dir das hier rät. Ich nehme mit mir. Kommen wir dann zu den... Podcast-Rezensionen. Das war schön. Ich hätte nicht gedacht, das ist das nächste Jahr, dass du mich noch begeisterst. Bei Podcast Addict in dem Fall gibt Lutz uns fünf Sterne. Leider können wir nicht sehen, zu welcher Folge du Folgendes geschrieben hast. Jetzt nochmal angehört und im Vergleich zu den aktuellen Folgen lässt Fred ja überhaupt keine Details mehr zu. Stimmt, hast voll recht. Vor allem Details finde ich gut. Fred ist das kleine warme Neutrum, was aufpasst, dass Tobi und ich eben nicht off the rails gehen im Crazy Train. Ja, aber der ist leider nicht da. Obwohl ich den Songtext noch nie verstanden habe von Ossi Osborn, ne? I'm going off the rails on the Crazy Train. Heißt das dann, du bist wieder im normalen Zug? Ja, du hast recht. Ja, irgendwie doof. Egal, Ossi Osborn. Waldelfe gibt uns auch fünf Sterne. Vielen Dank dafür. Ja, moin, der lebendige Beweis, dass Männer nie erwachsen werden. Ist aber auch nicht immer nur Spaß. Das ist echt weird, wenn du in der Kinderabteilung was kaufen willst. Ohne Scheiß. Aber mittlerweile sind wir wenigstens in dem Alter, dass alle denken, das ist für die Kids. Daniel Saurer schrieb tatsächlich schon vor einiger Zeit, weil ich hab mal wieder nach Österreich geguckt. Österreich ist ein bisschen schreibfaul, liebe Österreicher. Ihr könnt ruhig mal häufiger Rezensionen schreiben. Ja, auf der anderen Seite sind wir auch faul, die Österreicher zu rezensieren, weil wir selten über den deutschen Tellerrand dann bei den Rezensionen mal hinaus gucken. Also ich guck ja immer bei den Schweizern rein, aber bei den Österreichern kommt immer relativ wenig bei rum. Deswegen, irgendwann hab ich's mir abgewöhnt, da reinzugucken. Hab ich jetzt aber mal wieder gemacht. Ah, okay. Daniel schreibt, der beste Podcast für Film- und Serienliebende. Rektalpiraten mit Hang zum Derbenhumor und Klugschiss vor ungefähr zwei Jahren hat mein guter Freund Lorenz diesen Podcast entdeckt. Mich kurz darauf mit der fantastischen Doppelfolge über den Griechen Kaki süchtig gemacht. Punkt. Seither pilgern wir beide als Zeugen Kakis durch die Straßen unseres Ortes, um dieses Meisterwerk in Bezug auf Film, Serien und historischem Wissen einer möglichst breiten Masse schmackhaft zu machen. Wir freuen uns, dass wir es mittlerweile geschafft haben, ein paar weiteren Nasenbohrern für dieses Podcast Entertainment mit hitzigen Diskussionen sowie lustigen Abschweifungen zu begeistern. Vielen Dank für die vielen Stunden erstklassiger Unterhaltung an die drei charmanten, fäkal fixierten Bierliebhaber sowie die genialen Jungs von Team Kirschwässerle. Macht weiter so, alles Liebe aus dem Auerstal im schönen Niederösterreich. Lorenz und Daniel. Cool, danke. Was war das nochmal, wie hat er uns genannt? Analpiraten? Äh, Rektalpiraten. Rektalpiraten. Warum Rektalpiraten? Ist ja nicht so, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit entern. Nee, aber das ist von Juni, das war wahrscheinlich Flute Karibik. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Rektalpiraten, ja. Rektalpiraten. Ich finde das war geil. Pass auf, oder? Ein paar weitere Nasenbohrer. Stellen da so Leute rum, ey, willst du Podcast hören? Ja, geil. Ja, voll gut. Die geht jetzt mit den Fingern in der Nase, aber ununterbrochen. Vor allen Dingen, als würden die irgendwie in Österreich dann irgendwo missionieren gehen, weil du bist irgendwo in Salzburg, hast deine Boombox dabei, hörst uns richtig laut irgendwo in der Einkaufspassage. Lausch in den Worten der Rektalpiraten. Genau. Versammelt die Kinder. Riddick, Riddick ist geil. Alle kommen nach Hause mit Bierduscht und sehr fragwürdigen Wertevorstellungen. Ich genieße sowas. Wie bei den Borg. Wer sind die Borg? Wir sind die Borg. Oh ja, da haben Richard und ich mal einen Song da ausgemacht. Wer sind die Borg? Wir sind die Borg. Wir kommen in großer Zahl und holen dich, denn wir sind die Borg und wir kriegen jedermann in sich. Der Text ging sehr lang. Ja, wir hatten das irgendwann mal auf der Tour beim... Nee, das war in Kiel bei der NerdCon. Ja, achso, sorry, ich hab das als Tourdatum gerade gesehen, aber das war bei der NerdCon irgendwann beim Frühstück und das hat nicht mehr aufgehört. Nein, das ging den ganzen Tag. Hey Tobi, wer sind die Borg? Was? Ja, was? Ja, egal. Vergess es. Dummer Tour Insider von den Kack und Sachgeschichten. Was? Okay. Das war ja schon voll vergessen, ey. Ja, das war doch ein schön dämlicher Abschluss. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuhören, also wer es bis hierhin geschafft hat. Ja, mal unser Beileid auf jeden Fall. Keine Sorge, wir haben die nächste Mal. Das war unser Fallback-Plan, weil wir schon immer mal gesagt haben, also ich sag's mal so, Riddick ist ein Film, der hat's nie durch irgendeine Redaktionssitzung geschafft, aber Fried ist nicht da. Deswegen haben wir das gemacht, machen wir das jetzt einfach mal. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Für die Zukunft, können wir schon mal sagen, das war unsere einzige Folge, die wir uns zu zweit in nächster Zeit gegönnt haben. Wir haben großartige Gäste in den nächsten Wochen, vor allem im Januar, wie Fred ja schon in der Hose-Runter-Folge erklärt hat, am Start. Es startet bald auch dann das große oder der große, das große Reveal. Das ist schwierig mit diesen Anglizismen. Das große Vorhang eröffnen für die Ersatzperson. Die große Bekanntmachung. Oh, das ist gut. Die große Bekanntgabe für unsere Ersatzperson, furchtbares Wort, der oder die Richard, äh, Fred dann im Januar vertreten wird. Und, äh, mit einem sehr geilen Thema, mit einer sehr großartigen Themenauswahl und Person. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Leute, kommt zur Tour. Genau, ab Dezember sind wir ja in einem längeren Tour-Vlog dann wieder. Fred schreibt sich immer noch die Termine auf. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch vergessen. Wir sind in Marburg, wir sind in Göttingen, wir sind in Nürnberg, wir sind in München, wir sind in Mannheim, wir sind in... Da hört es schon auf und die Reihenfolge war auch falsch. Das alles dazu gibt es auf kackundsach.de unter dem Reiter live. Da stehen alle Tourdaten drin. Es gibt auch tatsächlich immer noch überall Tickets. Allerdings werden sie in einigen Städten gerade sehr knapp. Also schlagt jetzt zu Dank, bucht es jetzt, dank mir später. Genau, und ein ganz kleiner, gemeiner Teaser noch. Wer von euch noch kein Weihnachtsgeschenk hat und vielleicht hofft, dass die Kack-und-Sach-Geschichten was im Petto haben, der sollte unbedingt demnächst unseren Shop mal im Auge behalten, weil wir sind ja keine Unmenschen. Ja, wir haben was Schönes für euch, aber es ist noch nicht fertig. Aber wir hauen es für euch rechtzeitig, also stellen es rechtzeitig zur Verfügung, dass das ein oder andere schöne Weihnachtsgeschenk noch unterm Baum rechtzeitig landet. So, Leute, folgt uns bei Instagram, bei Twitch. Jeden Mittwoch, jeden Freitag sind wir da. Swipe uns rechts bei Tinder. Wir machen jetzt Feierabend und genießen jetzt nochmal Riddick 2. Den ziehe ich mir jetzt nochmal rein. Bei Mike, glaube ich, wirklich. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dahin, Richard und Tobi sagen Tschüss. Bis dahin, Richard und Tobi sagen Tschüss.